So, und damit herzlich willkommen zur Shisha-Cast Episode 22. Natürlich bin ich wie immer nicht alleine, sondern hab den lieben... Marvin. Hallo Marvin. Hallo. Das ist schon wieder ein perfekter Start. Aber es war sowieso ein perfekter Start, weil wir haben ja gestern Abend noch zusammen live gestreamt. Live-Stream... Gelive-Streamt? Gelive-Streamt? Das klingt irgendwie so falsch. Wir waren gestern zusammen im Stream. Bei dir. Genau, ja. Also wir haben gestern gemeinsam gestreamt. Ha, so rum. Und da ist uns aufgefallen, dass ja im Dezember unser Jubiläum ansteht vom Shisha-Cast. Und dann dachten wir uns, ah, dann lassen wir uns noch irgendwelche coolen Aktionen einfallen. Und dann nehmen wir nochmal auf im Dezember und dann passt das alles. Ja, turns out, das ist heute. Ja. Alex, happy birthday! Zweijähriges. Zweijähriges, ja. Also erstmal ein Wunder, dass wir uns nach zwei Jahren noch nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Oh, das geht eigentlich. Natürlich. Ja. Meistens. Meistens. Nee, ist schon okay. Rettet mich. Ist akzeptabel, ne? Ja, ja, ist definitiv akzeptabel. Rettet mich. Ich muss unter deinen Flachwitzen leiden. Leiden, sagt er. Ja. Du kommst in den Genuss meiner grandiosen Witze, meintest du wohl. Ja, auf jeden Fall ist uns aufgefallen, dass wir zufälligerweise heute am 3.12. die Aufnahme für Episode 22 geplant haben. Und da hatten wir auch schon mal eine Episode geplant. Nur war das eben der 3.12.2019. 2019, ja. Das war der erste Abend. Da haben wir uns getroffen und haben gedacht, komm, wir besprechen das mal mit so einem Shisha-Podcast. Und dann haben wir gedacht, na gut, komm, dann bauen wir auch schon mal auf und testen mal, wie das so funktionieren könnte. Da kam überhaupt erst die Idee. Wir kamen da erst auf die Idee für einen Shisha-Cast. Also die Idee für einen Podcast, die hatten wir ja eigentlich schon anderthalb Jahre, aber es ging nie. Ja, also so grundgedankenmäßig. Dann war da so, dass es ein bisschen manifestiert, weil du bist ja wieder dann hierhergezogen und es wäre realisierbar gewesen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das Setup denn aussehen könnte. Ja, dann haben wir mal aufgebaut und haben mal geguckt und haben gemerkt, das ist eigentlich ganz geil. Und dann war so, ja, wollen wir dann halt einfach? Machen wir einfach. Machen wir einfach. Und dann haben wir irgendwie angefangen und irgendwie haben wir nicht aufgehört bis jetzt. Ja, immer mal so ein paar verlängerten Pausen. Es gab Komplikationen, das kann man jetzt nicht leugnen. Also ich meine, wir haben in zwei Jahren 22 Episoden geschafft. Ja, vielleicht schaffen wir ja noch eine im Dezember. Ja gut, aber in den zwei Jahren haben wir trotzdem 22 Folgen. Das heißt, unser ursprünglicher Plan, zwei Episoden in einen Monat rauszubringen, sprich jede zweite Woche eine Folge, hat jetzt nie ganz so gut geklappt. Aber es ist trotzdem okay eigentlich. Also wenn ich mal überlege, es gibt viele Podcasts, die wöchentlich kommen zum Beispiel, aber da ist man so maximal eine Stunde. Naja, ich kenne auch, ja, ja, gut. Ich kenne auch viele, die kommen wirklich alle zwei Wochen und gehen dann aber fünf Stunden. Ja. Ja, da kann man jetzt ja nicht hier. Das musst du jetzt doch nicht sagen. Entschuldigung, ich nehme mich zurück. Schneiden wir raus. Nein, hier wird nicht geschnitten. Das wäre mehr Arbeit. Keine Arbeit und trotzdem nur 22 Episoden. Ja gut, aber man muss ja auch sagen, der Podcast, der Shisha-Cast war ja für uns beide oder ist eigentlich für uns beide immer noch mehr ein Fun-Projekt. Natürlich ist es irgendwie mittlerweile ein fester Bestandteil von unserem Content geworden, aber irgendwo ist es immer noch so ein Stück Content, den wir einfach machen, weil wir Bock drauf haben, ohne dass es halt, also nicht, dass wir auf den anderen Content keinen Bock drauf haben, aber der andere Content bringt uns halt auch was, aber der Shisha-Cast theoretisch gar nichts außer Arbeit, aber wir haben halt beide Bock drauf. Ja, das macht Spaß. Ja. Und das Feedback ist halt krank. Ja. Also allein das Recap von Spotify jetzt, was vorgestern kam, kam es vorgestern oder gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Gestern war das, glaube ich. Ich glaube gestern, ja. Wo dann die ganzen Leute, wo der Shisha-Cast der Top-Podcast war und teilweise waren ja Leute dabei, die das 6000 Minuten gehört haben. Absolut krank. Absolut krank. Also da nochmal ein dickes Dankeschön an jeden, der den Shisha-Cast so fleißig angehört hat. Und das waren ja auch nur die Spotify-Hörer, ne? Die Apple-Podcast-Hörer und so, die haben sowas ja gar nicht. Ja. Also es gibt ein Replay von Apple Music, aber nicht von Podcasts, meine ich. Okay, die sind da einfach nicht mit drin, oder wie? Ja, also ich habe ein Replay von Apple Music, ich habe kein Spotify und da ist aber nur Musik mit drin, kein Podcast. Okay. Ja gut, aber trotzdem hatten uns da gestern echt sehr, sehr viele Leute in dem Spotify-Rap mit drin, ne? Krass. Also das war wieder so ein Moment, wo ich mir so dachte, so hm, das kommt anscheinend doch gar nicht so kacke rüber. Vor allem, du musst mir überlegen, das waren so viele Leute und das waren auch nur die, die es gepostet haben. Ja, echt so. Ja, es ist schon cool. Das ist schon geil. Also von unserem Traum, mal einen eigenen Podcast zu machen, haben wir gemacht. Ja, ist krass. Haben wir auf der Bucketlist auf jeden Fall ein Häkchen dran. Heißt aber natürlich nicht, dass wir jetzt aufhören oder weniger machen. Viel weniger geht ja auch nicht. Ich kann sagen, genauso wenig wie die ganze Zeit schon. Ja, genauso wenig wie schon die ganze Zeit, so kann man es leider sagen. Ja. Ja. Und hier sind wir. Episode 22, genau zwei Jahre später, nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben. Und genau wie in der ersten Folge die Frage, Alex, wie geht es dir denn? Mir geht es gut soweit. Ich bin gesund. Es läuft alles soweit ganz gut. Sowohl vom Blog her als auch Studium. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, das ist in der momentanen Situation auch wirklich eine sehr angebrachte Aussage. Allgemein für einen Deutschen ist, ich kann mich nicht beschweren, das höchste Lob. Ja. Aber hast schon recht, ja. Im Moment, wenn du gesund bist und du Arbeit hast und du Geld verdienen kannst und die Familie nicht irgendwie unter der Situation leidet, dann hast du schon eigentlich alles, was du brauchst. Ja. Ist bei mir eigentlich genauso. Ich war zwar zweimal krank, war zum Glück kein Corona. Aber hat mich trotzdem ein bisschen rausgebracht mit dem vielen Unterwegssein die letzten Monate. Und also ich glaube, ich war jetzt in den letzten drei Monaten, war ich vier Wochen weg und zwei Wochen krank. Das heißt, von drei Monaten habe ich anderthalb nicht gearbeitet. So, das ist natürlich jetzt ein Messer, das ich mir selbst in den Rücken gerammt habe. Und dafür muss ich jetzt gerade so ein bisschen bezahlen, weil ich jetzt wieder im Arbeitsalltag angekommen bin. Und halt jetzt natürlich einen riesen Berg von Arbeit vor mir habe. Das Gute ist ja trotzdem, dass du ja sowohl Content vorproduziert hast, als auch während der Reise Content gemacht hast. Also du konntest ja währenddessen arbeiten. Ja gut, aber ich sage mal, ich war eine Woche in Dubai und habe da ein Video produziert. Ja. Also es war natürlich trotzdem ultra geil und ich würde es auch genau so wieder machen. Aber meinen kleinen Puffer, den ich immer an Content hatte, sodass ich immer mal sagen konnte, okay, wenn ich mal krank bin oder so, dann habe ich noch ein paar Videos in der Rückhand. Das ist halt weg. Ja, bei mir jetzt auch. Ich hatte ja auch die ganze Zeit vorproduziert gehabt. Mittlerweile ist auch, dass ich eigentlich nur noch was mache und dann direkt poste. Also ich müsste eigentlich auch mal wieder ein bisschen was vorproduzieren. Ja, ist schon wichtig, dass man da was in der Rückhand hat. Ja. Das ist halt auch so ein bisschen bei dem Selbst und Ständig. Muss man halt gucken, wie man da zurechtkommt. Aber kriegt man schon meistens irgendwie hin. Ganz gut hin. Ja. Gut. Setup. Nächster Punkt auf der Liste. Stimmt. Setup. Was hast du dir ausgesucht? Ich habe mir die Stimulation Pro X Mini ausgesucht. Dann habe ich als Kopf, muss ich selber nochmal gucken, Stonehooker Ball. Ich rauche den so oft, ich weiß den Namen immer noch nicht. Wie, den Colorway oder was? Ja. Fastball und Colorway, keine Ahnung. Ah, okay. Also Fastball mit dem Nagrani und gebaut habe ich mir Holster Crape 2.0 mit ein bisschen Leime von Must-Have und etwas Wild Forest von Darkseid. Mhm. Und? Sehr lecker. Gut. Das ist schön. Genau. Wie so häufig in den letzten Folgen, habe ich wieder mein erstes Köpfchen nicht selber gebaut. Das hat der liebe Alex für mich erledigt. Dafür habe ich hier die Technik eingerichtet, den Stream geplant, bla 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 bla. Weil, haben wir ja schon Episode 20 gesagt, seit Episode 20 kommt der Shisha-Cast ja auch immer in Videoform. Also als Livestream-Konferen. Ich habe gerade eine Fliege verschluckt. No joke. Ich habe gerade echt eine Fliege gegessen. Oh mein Gott, wie ekelhaft. Oh Gott, ich muss heiß hier trinken. Alex, übernimm das. Boah, wie ekelhaft. Ein paar Proteine, oder? Boah, die ist so vor meinen Mund geflogen und das war gerade so der Punkt in meinem Erzählstrang, wo ich einmal machen musste. Und dann habe ich die einfach weggeatmet. Ach, ich weiß nicht. Oh Gott. Abbruch, Abbruch. Oh Gott. Oh Gott. Ich stelle mir gerade so diese Menschen vor, die so im Bett lagen und sich gedacht haben, Oh, eine neue Folge Shisha-Cast, die höre ich jetzt ganz entspannt zum Einschlafen und auf einmal brülle ich auch. Wir sind schon wieder hier. Boah, ich muss immer wieder daran denken, wie ekelhaft, dass ich so eine Kack fliege. Oh Gott. Das war dein Postwork-on-Check. Oh Gott. Ja, Seven vs. Wild auch bei uns. Wir haben schon Flugprodukte hier eingesammelt. Schön. Okay. Ich wollte eigentlich gerade erzählen, dass du mir meinen Kopf gebaut hast. Ja, ich habe dir deinen Kopf gebaut. Und drinnen habe ich eine Komponente, die ich nicht verraten darf. Ja. Dann habe ich den Akko drinnen. Nee. Was? Akko von Darkseid. Akko. Nein. Ja, ja, ich weiß. Habe ich nicht drinnen. Habe ich mich verwechselt. Genau. Ich habe drinnen den Falling Star. Ja. Ich habe drinnen den Viridi. Ja. Und du hast noch dazu gemacht den Mist. Was war das letzte? Eiskaktus. Ah, Eiskaktus. Stimmt. Ja. Genau, die habe ich drinnen. Ja. Sehr leckerer Mix, Alex. Da hat der Mixology-Master Alex mal wieder voll zugeschlagen. Ist geil. Ist wirklich gut. Jetzt können die Leute eigentlich erraten, was die nicht zu verratene Komponente ist. Ja, weil das so einfach zu erraten ist, ne? Ja. Ja. Naja. Ich darf es leider noch nicht verraten. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wenn der Podcast online kommt. Ja, wir streamen ja gerade. Also. Gutes Argument. Stimmt. Darf ich wohl nicht verraten. Ist was, ne? Ja, da war mal was. Gut. Ja, ich rauche übrigens auf der Morph von Xhooka, die jetzt schon vorbestellbar ist und kurz vor Weihnachten soll sie ausgeliefert werden, oder? Genau. Ich glaube am 20. Ja, ich glaube auch irgendwas in die Richtung. Genau. Und das Ganze habe ich auf einer Cesar Bowl von Ocean. Die war bei meiner KFS 2 Bestellung mit dabei. Sehr, sehr schön. Und das Ganze im Oblaco. Ah ja, genau. Oblaco Mono in schwarz, beziehungsweise das ist eigentlich mehr so ein dunkel-dunkel-dunkel-braun. Aber auf jeden Fall sehr gut. Und Carlaut Lotus 1 Plus. Nier ist oben drauf. Yes. Ja. Junge, Junge, Junge. Das war schon wieder ein Einstieg hier. Und wir sind gerade mal bei den Setups durch. Die armen Leute. Die armen Zuhörer. Tut uns leid. Wie ihr das ertragt, wissen wir auch nicht. Aber anscheinend hören sich doch immer mal wieder ein paar Leute an, ne? Die skippen einfach durch. Wahrscheinlich. Das ist wie so eine White Noise Machine beim Einschlafen wahrscheinlich. Also immerhin besser als Stille. Naja. So. Erzähl mal, Alex. Du warst noch ein bisschen unterwegs. Real-Life-mäßig. Ja. Und zwar während du woanders warst. Da kommen wir auch gleich zu. War ich nämlich in München gewesen. Da habe ich meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Ein Münchentrip. Da sind wir Donnerstags hingefahren. Bei einem schönen Platzl-Hotel. Platzl? Platzl-Hotel. Schon so ein richtig bayerischer Name. Der Basti dreht jetzt wahrscheinlich gerade schon wieder durch, weil wir es so doof aussprechen. Ist egal. Deal with it. Das war es direkt mitten in München am Marienplatz um die Ecke. Ist halt eine Top-Lage. Also du gehst aus dem Hotel raus, bist direkt in München, kannst direkt durch die Stadt laufen. Und ja, Donnerstag Anreise. Bisschen gebummelt. War ja am 25. Eintag vor Black Friday. Da waren ja schon ein paar Black Week Deals und so weiter. Wir haben eine Sache vergessen. Was denn? Hashtag Werbung. Stimmt. Wir haben es schon wieder vergessen. Im Video steht es ja in der Ecke. Aber die Setups und Co. können natürlich Werbung beinhalten. Teilweise sind da gestellte Produkte dabei. Deswegen müssen wir es dazu sagen. Entschuldige die Unterbrechung, Alex. Bitte continue. Genau. Wir müssen eigentlich wirklich so ein Disclaimer machen. Wir haben einfach davor packen. So einmal aufnehmen. Ja, aber es reicht ja auch nicht einmal davor. Egal. Lass nicht wieder mit dem Thema anfangen. Erzähl mir mal München. München, Anreise. Super Lage. Am Donnerstag ein bisschen gebummelt. Dadurch, dass am nächsten Tag Black Friday war. Ein paar Black Week Deals. Einfach ein bisschen geguckt. Nichts großartig eingekauft, muss ich ehrlich sagen. Meine Freundin hat sich ein Parfüm angeguckt. Was sie sich dann noch bestellt hat. Aber ansonsten glaube ich gar nichts. War dann noch schön im... Boah, wie heißt denn das? Haxenbauer, glaube ich. Der Haxenbauer, ja. Den kennt man. Ja, genau. Und da war man noch... Ist ein Ding. Da war man abends... Ja, das war direkt um die Ecke bei uns. Ah, ist egal. Da war man dann auch... Abendessen war wirklich sehr, sehr gut. Hab auch Haxe gegessen. Also hättest du jetzt nicht Haxe gegessen, hätte ich dich auch direkt wieder rausgeschickt. Wäre schlimm gewesen, ne? Ja, schon. Ja, war sehr, sehr... Hat die Freundin dann auch Haxe gegessen? Ne, Kässpätzl. Liebe Mrs. Directly, wie kann man denn zum Haxenbauer gehen und keine Haxe essen? Alles Gute nachträglich an der Stelle. Aber die Kässpätzle waren auch sehr, sehr lecker. Ja? Ja. War halt keine Haxe. War keine Haxe. Ist eher so eine Beilage. Beilage ist auch dafür was zu mächtig. Also ich... Ja. Du musst hier gar nicht anfangen. Du hast richtig wenig beim Grillteller gegessen. So, nächstes Thema. Ne, auf jeden Fall. Freitag waren wir dann noch in der Therme Erding gewesen. Das war so das eigentliche Geschenk. Trip nach München, Therme Erding. War super schön. Also ich weiß nicht, warst du schon mal da gewesen? Ne. Die Therme ist halt einfach krass. Ja? Ja, also es ist halt vom allgemeinen Thermalbad, sage ich mal, vom Schwimmbad-Technischen her, ist top. Aber bist du beim Thermenbesuch eher so der Schwimmbad-Gänger oder so der Sauna-Gänger? Der Sauna-Gänger. Also wir waren, glaube ich, insgesamt ein oder zwei Stunden waren wir im ganz normalen Thermalbad ein bisschen rutschen gewesen. Das ist ja ein riesen Rutschenparadies. Ich glaube, das größte Europas sogar. Echt? Ich glaube schon, ja. Haben die so eine Freefall-Rutsche? Sowas ähnliches auf jeden Fall, ja. Okay. Also nicht ganz Freefall. Also es gibt ja die, wo unten diese Klappe aufgeht. Ja, genau, die meine ich. Ja, ich glaube so nicht, aber es geht also wirklich vom Winkel her so. Ist doch auch steil. Ja. Okay. Auf jeden Fall ein bisschen gerutscht. Hab mir erst mal den Kopf gestoßen. Perfekt. Und dann waren wir... Deswegen ist er so blöd. Entschuldigung. Komm, der hat sich sowas von angeboten. Da hast du basically nachgebettelt. Nicht? Ich bin mal wieder weg. Das war mal eine schöne Episode 22. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ne, und den Rest des Tages, die hat ja bis um 22 Uhr auf jeden Fall momentan, weil Bayern hat ja Sperrstunde. Waren wir dann bis 22 Uhr noch in der Sauna gewesen. Ist 40 Minuten vor München. Das heißt, von der Fahrt ging es auch relativ entspannt. Und ja, Samstag war dann nur noch kurz Frühstücken und Abreise. Nice. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, schöner Trupp gewesen. Klingt gut. Ja. Nettes Geburtstagsgeschenk. Ja. Kann man machen. War auf jeden Fall Spaß. Ehrenfreund. 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 Die Fliege meldet sich immer mal zurück. Ich merke es schon. Ja. Aber du warst, während ich in München war, ja auch irgendwo. Wo war ich da? Ne, for real. Ich weiß nicht, wann du in München warst, welches Wochenende das war. Achso, das war, wo du bei Alfacher warst. Ah, okay. Ja, steht zwar deutlich weiter unten auf der Liste, aber dann machen wir das jetzt direkt. Ja. Genau. Ich wurde von Alfacher kontaktiert und eingeladen nach Dubai. Alfacher plant ganz viele neue interessante Sorten auf den europäischen... Boah, sorry. Das ist echt... Also seit ich diese Fliege verschluckt habe, kitzelt es mir im Hals, ne? Ist schlecht. Ist schlecht, ja. Auf jeden Fall wurden wir nach Dubai eingeladen. Nicht nur ich, sondern auch noch David, Anita, der Clemens vom Relax Shop Frankfurt, der Sargon von Shisha World und Lux Shisha Corner wurden eingeladen nach Dubai, um dort im Werk bei Alfacher neue Sorten zu testen und zu bewerten. Das heißt, war auch tatsächlich relativ viel Arbeit. Also wir waren acht Tage da, sieben Tage davon waren... Also sechs Tage waren Arbeit, einer war Anreise, einer Abreise. Äh, nee, kommt irgendwie nicht hin. Und einen Tag hatten wir frei. Einen Tag wart ihr doch bei dieser Wüstensafari, oder? Wir sind freitags hingeflogen. Dann waren wir samstags bei der Wüstensafari. Und sonntags ging es los mit Arbeiten. Genau, Sonntag bis Donnerstag waren wir sozusagen am Arbeiten. Sind wir so zwischen neun und zehn dann rübergefahren ins Werk von Alfacher. Haben uns dann da in so einen Raum gesetzt. Und dann haben wir immer ganz viele schöne Pfeifen gebracht bekommen. Und dann hatten die da so Fragebogen vorbereitet. Dann mussten wir die ausfüllen. Haben dann immer die Sorten probiert. Haben immer drei Pfeifen gebracht. Das heißt, immer in Zweierteams haben wir die geraucht. Und dann haben wir die Sorten probiert. Und dann sollten wir die Sorten bewerten. Dann hatten die da so verschiedene Skalen, die wir dann eben ausfüllen mussten. Und so haben die dann eben versucht, die von ihnen erstellten Sorten besser zu verstehen. Aus der Perspektive deutscher Markt. Deswegen waren auch nicht nur Influencer da. Sondern eben auch noch der Clemens, der den Einzelhandel vertritt. Und Sargon, der einen der größten Online-Shops. Oder ich glaube sogar den größten Online-Shop Deutschlands. Und als Großhändler. Und als Großhändler. Genau, den haben die eben repräsentiert. Ja, und dann haben wir uns da eben fleißig durchgetestet. Das ging dann eigentlich jeden Tag so von neun oder zehn Uhr morgens ungefähr bis 17, 18 Uhr abends. Haben wir da gesessen und haben bis zu neun Pfeifen am Tag geraucht. Natürlich nicht immer. Also erstmal haben wir die geteilt. Und du hast auch nicht immer durchgeraucht. Es ging ja einfach nur darum, so viel zu rauchen, dass du die Sorte bewerten konntest. Ja, und da waren echt ein paar sehr, sehr Geile dabei. Wo wir uns alle relativ einig waren. Die müssen auf den deutschen Markt. Also wenn die kommen, das wird ein neues Level für Alfacher in Deutschland. Bin ich sehr gespannt. Die Top-Sorte, die wir hatten. Ich glaube, da würden mir jetzt auch alle zustimmen, die dabei waren. Da können wir es kaum abwarten, bis die endlich auf den deutschen Markt kommt. Okay. Ja. Gibt es die denn schon in Dubai oder gibt es die noch gar nicht? Nee, die gibt es noch gar nicht. Okay. Und die hatten ja vorher auch schon die Spanier eingeladen. Da haben die dasselbe für den spanischen Markt gemacht. Weil das sind halt auch wieder zwei verschiedene, also komplett verschiedene Kategorien. Weil die Spanier erstens andere Sachen rauchen und zweitens kein TPD haben. Da haben die nochmal ganz andere Möglichkeiten, Sorten zu erstellen, was man in Deutschland leider einfach nicht mehr machen darf. Habt ihr Setups durchgeswischt oder habt ihr mit dem gleichen Setup geraucht? Also meistens haben wir tatsächlich Funnel und HMD geraucht. Die meisten Köpfe konnten wir auch selber bauen, wenn wir wollten. Die hätten uns die aber auch gebaut. Das meiste war Funnel und HMD. Wir hatten dann einmal eine Sorte auch im Kamin mit Tonkopf probiert. Aber da hatte dann halt ehrlich gesagt keiner so wirklich Bock drauf, das zu rauchen. Weil Tonkopf am Kamin ist ja trotzdem noch ein relativ gängiges Setup in Deutschland. Ja, aber es ist halt trotzdem normale Alfacher. Okay. Es ist halt trotzdem normale Alfacher. Das heißt, der wird ja genauso gut funktionieren wie jeder andere Alfacher auch. War zum Beispiel auch eine Bewertungsseite, waren ein paar Fragen von wegen, wie ist die Rauchentwicklung und wie ist der Kick. Da hab ich so, naja, wie halt immer bei Alfacher, ne, also, so, ne, was willst du denn hören? Ist es gut bei Virginia? Ja. Genau. Ja, und dann haben wir uns da ordentlich durchgetestet und abends waren wir immer noch schön weg. Und da waren wir echt in ein paar super Locations, haben super gut gegessen. In Alfacher. In Dubai ist es gang und gäbe, dass Restaurants auch immer Pfeife anbieten. Also so gut wie in jedem Restaurant kannst du auch Pfeife bestellen. Das finde ich krass, weil das ja gerade in Deutschland überhaupt nicht geht. Ja, in Deutschland hast du Restaurants und Shisha-Bars und es gibt ganz wenige Shisha-Bars, die auch Snacks haben. Und soweit ich weiß, so gut wie keine mehr, die noch eine richtige Küche dabei hat. Weil es da komplett getrennt sein muss, dafür brauchst du erstmal die Größe und lohnt sich's dann für die Shisha-Bar. Ja, und in Dubai ist das eben gang und gäbe, was halt ultra geil ist, weil wir dann halt nice essen gegangen sind. Und du hast praktisch gerade den Nachtig weggespachtelt, da kamen dann deine Pfeife an. Pfeifen sind natürlich relativ teuer in Dubai, das waren halt schon gute Restaurants, wo wir waren. Dubai generell ist nicht günstig, aber wenn du da lebst und arbeitest, verdienst du natürlich auch ganz anders. Sagen wir mal, der Bruttolohn ist etwas höher, aber der große Unterschied ist natürlich, dass du in Dubai keine Einkommenssteuer zahlst. Das heißt, dein Brutto ist dein Netto. Wenn du 5000 Euro im Monat verdienst, kriegst du 5000 Euro im Monat überwiesen. Das Einzige, was du an Steuern zahlst, sind 5% Umsatzsteuer. Und das ist halt jetzt auch nix. Im Vergleich zu Deutschland, wo du fast die Hälfte deines Gehalts abgeben darfst und dann auch noch 20%, also 19% Mehrwertsteuer bezahlst. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, und es gibt viele Restaurants, wo mittlerweile russische und ukrainische Shisha-Anbieter drin sind. Das ist dann meistens so, es macht jemand ein Restaurant auf und der sucht sich aber jemanden, der den Shisha-Service getrennt davon anbietet. Ja, also die haben dann einfach, die stellen ein Subunternehmen ein, weiß nicht, Shisha-Mann GmbH und die bieten dann in dem Restaurant die Pfeifen an. Ja. Und da sind eben wirklich viele Russen, Ukrainer und so mittlerweile in Dubai, die dann eben auch ihre Shisha-Kultur mitbringen. Und das heißt, ich konnte da immer schön meinen Space-Flavor rauchen, ich konnte meinen Black-Current rauchen, Oblakos als Köpfe, HMDs, alles da. Ja, also potenziell, nee, prozentual gibt es in Dubai in deutlich mehr Bars geilere Setups als in Deutschland. Aber, und das ist ein großes Aber, du kriegst auch eigentlich in einem guten Restaurant eine Pfeife nie unter 50 Euro. Ja. Das tut dann halt weh. Das tut halt... Ja, die teuerste Pfeife, die wir geraucht haben, hat 88 Euro gekostet. Muss man aber auch dazu sagen, war in einem sehr, sehr noblen Restaurant im 53. Stock. Du fährst mit einem Glasaufzug hoch. Du bezahlst halt wirklich einfach nur fürs Ambiente. Du sitzt am Infinity Pool und guckst über Downtown Dubai und das Burj Khalifa ist genau gegenüber und ragt in die Höhe. Das ist halt eine touristy Location, da zahlst du halt deinen Preis-Premium direkt für die Location. Aber ich hätte mal eine Frage an dich, und zwar bezüglich Pfeifenpreis. Wir waren in München ja auch in einer Shisha-Bar gewesen und da habe ich halt mal gefragt, hier, was habt ihr für Setups? Und da hat sie mir die Shisha-Karte gegeben. So, kostet ein Standard-Kopf, also Doppel-Apfel-Traum-Münze, kostet 13,90. Schon hart, so viel kostet ein Kopf Tangiers im Oblarko im Umera nicht. Nicht mal, ja. Dann normale Sorten, also zum Beispiel Resporn-Eis, also Resporn, kostet 15,90 und dann Premium, also Social Smoke und noch irgendwas, kostet, keine Ahnung, 18,90. Was würdest du jetzt eher holen? Also wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du jetzt, keine Ahnung, sagen, okay, ich rauche einen Doppel-Apfel für 13,90 im Kamin-Setup oder bezahlst du 50 Euro für ein richtig gutes Setup mit Funnel-HMD? Naja, wenn ich dann auch in einem geilen Restaurant, in einer geilen Location bei Superwetter draußen sitzen kann, dann würde ich wahrscheinlich einfach halb so oft weggehen und dafür aber das Dubai-Ding nehmen. Okay. Ja. Aber ich glaube, ich würde es auch eher bezahlen als dann... Ja, dann lieber selten da draußen rauchen gehen, aber dafür auch geil. Ja. Das war nämlich auch, ich habe ja zum Beispiel auch Basti gefragt und auch nochmal eine Fragerunde auf Instagram, so, kennt ihr eine gute Shisha-Bahn in München? Die häufigste Antwort war wirklich von Leuten, die selber in München wohnen, so, wenn du eine kennst, sag mal bitte Bescheid. Hat man leider super, super oft. Das ist krass. Genauso ging es mir auch, als ich in Münster nach einer gesucht habe. Haben die meisten Leute auch gesagt so, also wenn du Funnel und HMD haben willst, kannst du hier vergessen, ne? Ist schon traurig. Wirklich traurig. Wir sind ja wirklich sehr, sehr verwöhnt hier. Ja, im Rhein-Main-Gebiet haben wir es da tatsächlich noch ganz gut. Aber hier fangen wir jetzt immer mehr Bars an umzustellen und hoffentlich schwappt das dann irgendwann auch durch die restlichen Teile von Deutschland. Ja. Rhein-Main-Gebiet ist ja meistens recht weit vorne, was Shisha angeht. Ja, aber Dubai insgesamt war unglaublich nice. Ich habe mich wieder neu in die Stadt verliebt, muss ich sagen, nachdem ich davor gesagt habe, so, ja, war geil, aber müsste ich jetzt nicht nochmal hin. Jetzt gerade würde ich am liebsten direkt wieder losfahren zum Flughafen und zurück. Aber weil du so viel Neues gesehen hast? Ja, ich glaube auch allein, weil es diesmal nicht so ein super touristy Ding war. Weißt du, wir hatten ja echt viel zu tun. Na gut, ich meine, die Falken-Show hast du jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen, oder? Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, ja. Ja, zum zweiten Mal. Ich war dreimal in Dubai. Einmal privat 2014. Ah, ich dachte, du wärst schon öfter da gewesen. Ne, dreimal war ich jetzt in Dubai. Wie gesagt, einmal privat mit meiner Ex-Freundin damals 2014. Da waren wir zwei Wochen, das war viel zu lange. Also wenn ihr in Dubai Urlaub machen wollt, zwei Wochen, weiß ich nicht, was man da zwei Wochen soll. Dann war ich nochmal vier oder fünf Tage bei Alfacher und jetzt nochmal acht Tage. Ja, war auf jeden Fall ultra geil. Also würde am liebsten direkt wieder hin. Könnte mir sogar vorstellen, irgendwie da ein halbes Jahr zu leben oder so. So, weiß nicht, über den Winter einfach in Dubai. Schön in der warmen Sonne und so. Das ist ein typischer Influencer-Life. Ja, boah, da habe ich auch mit vielen Leuten drüber geredet. Es gab ja dieses Böhmermann-Video, wo so viel abgehatet wurde über Dubai. Und das mag auch schon so sein. Und ich wollte dem so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Also ich habe da jetzt nicht investigative, journalistische Arbeit geleistet. Aber ich habe halt mal mit vielen Leuten geredet. So mit Taxifahrern, mit den Backboys und verschiedenen Leuten. Und die haben halt alle gesagt so, ja, ist schon ziemlich hart hier. Also die arbeiten halt teilweise zwölf bis vierzehn Stunden am Tag. Und das sechs bis sieben Tage die Woche. Und die sehen einmal die Woche ihre Familie. Und da würdest du als Deutscher schon denken, Junge, das ist ja geisteskrank. Aber die sagen halt alle, dass die halt freiwillig da sind. Und die so ihrer Familie halt ein tausendmal besseres Leben ermöglichen können. Als wenn die vielleicht in Pakistan oder, ja, kommen wir aus vielen verschiedenen Ländern. Können ihrer Familie so halt ein deutlich geileres Leben ermöglichen. Ich habe jetzt natürlich nicht mit irgendwelchen Indern, die auf den Baustellen arbeiten, geredet. Bei denen könnte das nochmal deutlich schlimmer aussehen. Ich habe auch mit dem Lukas geredet. Das war ganz witzig. Hat mir auf Insta geschrieben. Hey Marv, guck deine Videos schon seit zwei Jahren. Cool, dass du in Dubai bist. Ich lebe seit acht Jahren hier. Wenn du Tipps brauchst, sag mir mal Bescheid. Ach, crazy. Ja, und dann haben wir sogar noch eine Pfeife zusammengeraucht. Also wir haben uns dann noch getroffen. Und ihn habe ich halt auch viel gefragt. Und er meinte auch so, ja, natürlich gibt es da immer mal wieder Sprecher. Schwarze Schafe, so von wegen dieses, die gehen in die Dörfer in Pakistan, holen die Leute und verstecken dann oder sacken einfach die Passports ein, sodass die nicht mehr heimkommen. Gibt es natürlich, aber das sind halt auch nicht, also die sind halt auch in Dubai gehatet dafür. Das sind halt irgendwie, weiß nicht, wie immer. Es gibt immer schwarze Schafe in irgendwelchen Branchen. Ja, allgemein hatte ich den Eindruck, geht es den Leuten gut. Nee, ist schon ein scheiße hartes Leben. Aber hätten sie daheim ein noch härteres Leben? Wahrscheinlich schon, ja. Und es ist halt auch immer, wenn du als Europäer, der hier in seinem, weiß nicht, 100 Quadratmeter Haus und seinem 70 Zoll Fernseher vor der Nase und seinen 50 Pfeifen im Regal und seinen drei Kilo Tabak und seinen Monatsnettoverdienst von 3000 Euro, wenn du dann auf so Länder guckst, dann wirkt das natürlich erstmal, als wäre das einfach nur, wie soll man sagen, als wäre das einfach nur das schrecklichste Leben, das man haben könnte. Aber die Realität ist halt leider, dass das für viele Leute der normale Alltag ist. Und für viele Leute gibt es noch einen viel schlimmeren Alltag. Safe. Es gibt halt noch andere Punkte, die halt Dubai so ein bisschen moralisch abwerten, sage ich mal. Also so vom Herrscher bis hin zu dem, wie Dubai entstanden ist oder was die da überhaupt machen, umwelttechnisch etc. Ja. Es gibt halt sehr, sehr viele Kritikpunkte in dem Sinne. Also ich kann für mich sagen, wo ich jetzt dreimal da war, dass ich einige Punkte aus dem Böhmermann-Video absolut verstehen kann und andere für mich deutlich weniger schlimm sind, als die jetzt da dargestellt wurden. Ja. Ich weiß nicht. Ich denke mal, am besten ist es, dass jeder, der da irgendwas erzählt, am besten erstmal hinfliegt und sich selbst ein Bild macht. Weil ich glaube, dann würde das bei vielen Leuten schon das Bild ein bisschen ändern. Zumindest was einige Punkte angeht. Ja, ist halt dann immer die Frage, was siehst du und was ist wirklich so. Also ist halt, du kannst nie zu 100 Prozent sagen, du, ich könnte mich jetzt nur auf Zweitquellen beziehen, was ich halt gesehen oder gelesen habe. Du warst da, du hast mit den Leuten gesprochen, aber halt, was erzählen die, was dürfen die sagen, ohne dass sie irgendwie Ärger bekommen, weißt du? Ich hatte schon das Gefühl, dass die relativ offen und ehrlich waren, aber ich glaube halt, wie gesagt, auch, also ich bin mir relativ sicher, dass das halt nicht die schlimmsten Beispiele aus Dubai sind, sondern dass schon Leute sind, denen es halt ein bisschen besser geht. Die halt einen normalen Job haben, sage ich mal, die es trotzdem hart haben, aber was ist mit den Leuten, die keinen normalen Job haben zum Beispiel, die halt wirklich geradezu versklavt werden und so, ja. Ja, ist halt die Frage. Ein extrem schwieriges Thema so. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein super Urlaubsziel oder zum Angucken. Mit den Hintergründen darfst du es eigentlich gar nicht betrachten, wenn du da bist, weil dann macht dir das auch keinen Spaß mehr. Ja, aber weißt du, das ging dann auch so weit, dass mir Leute geschrieben haben, ja, wie kannst du das supporten, nach Dubai zu fliegen? Und ich so, ey, ich wurde da zu einem Geschäftstermin von einer Firma eingeladen, ich kann denen jetzt schlecht sagen, ja, versetzt doch mal eure Firma, dass ich da hinkomme. Also, ich habe mir auch schon gedacht, dass du da ein paar Nachrichten zu bekommst. Es ist, am Ende des Tages ist eine Geschäftsreise zum Businesspartner, um es ganz hart zu sagen. Ja. Und, was willst du denn da sagen? Nee, ich fliege nicht zu euch. Ja, tut mir leid, ich komme jetzt aus ethischen Gründen nicht nach Dubai, weil ich die Stadt boykottiere, komme ich nicht zu eurer Firma. Ja. Es wäre schon ein bisschen sehr dramatisch, finde ich. Es ist halt ein Geschäftstermin fertig. Ja. Also, ich meine, am Ende des Tages dürfst du dann zu fast keinem Geschäftspartner fahren, der außerhalb gewisser Grenzen sitzt. Ja. Ich weiß nicht, schlimmer wäre es wahrscheinlich, wenn man nach Nordkorea geht oder so. Natürlich, aber du kannst ja auch nicht zum Beispiel sagen, wenn jetzt gewisse Pfeifen herstellst, zum Beispiel, die arbeiten ja sehr, sehr viel in China. Ja. Du kannst auch nicht sagen, wir fliegen nicht nach China zum Geschäftspartner, weil wir die Menschenrechtslage da boykottieren. Ja, also China ist dafür ein super Beispiel, weißt du. Wenn wir dann so Leute schreiben und dann aber in ihren von Kinderhand gefertigten Sneakern und Klamotten, die sie bei Primark gekauft haben, sitzen. Für mich ist das Thema ganz einfach. Meistens ist es halt einfach kein Schwarz oder Weiß, sondern eher so ein Krauding. Es gibt immer ein Pro und ein Contra und nicht einfach nur, so ist es. Ich finde halt auch, du musst halt für dich abwägen, ganz einfach. Genau, das meine ich, ja. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich finde Dubai und die Philosophie der Stadt und die Kultur so geil, sondern ich finde das Wetter, die Lage, die Leute, mit denen ich da zu tun hatte. Also ich finde das Mindset von den Leuten in Dubai ist ein ganz anderes. Das finde ich halt geil. Ja, und am Ende des Tages, wie schon gesagt, ist es halt wirklich geschäftlich orientiert, wo du halt die Priorität wo ganz anders hast, als zu sagen, ich fliege da jetzt hin, weil ich kriege den Flug umsonst und habe dann schönen Urlaub. Ja. Ja. Ist ein extrem schwieriges Thema. Super, super schwierig, ja. Naja, definitiv. Aber, um das Thema abzurunden, die Zeit mit Al-Facha in Dubai war extrem cool. Es war super, also es hat mich wirklich geehrt, dass die mich dann nach Dubai geflogen haben, mir ein Hotel gebucht haben, nur damit wir dann da sitzen und die Sorten bewerten, die die ausgearbeitet haben. Also das ist schon wirklich, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich in deren Augen die Position habe, sowas zu bewerten. Als Repräsentant des deutschen Marktes. Das ist eigentlich schon extrem krass. Ja, fand ich nämlich auch wirklich krass. Und ich fand es auch geil von Al-Facha, von denen du ja nie irgendwas gehört hast. Also ich meine jetzt über das letzte Jahr hört man mehr von Al-Facha, aber davor hat man eigentlich fast nie was von Al-Facha gehört. Das war immer diese Marke, die es in jedem Shop gab. Da lag immer der Traube und da lag immer der Apfel, aber sonst haben die halt nichts gemacht. Und dass sie sich jetzt mit so viel Mühe und Elan da reinhängen, sich die Leute aus Deutschland einfliegen, nur um das zu probieren und so. Respekt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn die Sorten so auf den deutschen Markt kommen, dann bin ich mir sicher, da rutscht die eine oder andere in meine Top Ten. Da bin ich sehr gespannt. Also wenn die neuen Sorten rauskommen, würde ich auf jeden Fall auch mal... Ich weiß leider nicht den Timetable, wann die rauskommen. Das haben sie uns leider nicht gesagt, aber ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wann es kommt. Und zum Abschluss, du hast ein extrem geiles Geschenk bekommen. Also als ich das gesehen habe, da war ich dann wirklich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Das ist das perfekte Beispiel, dass ein Geschenk nicht einfach nur einen krassen Wert haben muss, sondern einfach nur eine geile Idee reicht. Und das war auch wirklich eine große, große Ehre, weil Al-Facha hat uns jeweils jedem vier Dosen geschenkt. Da war zwar auch Tabak drin, aber es ging nicht um den Tabak, der drin war, weil auf den Verpackungen steht, anstatt einem Sortenname, einfach unser Social Media Handle. Das heißt, ich habe jetzt einfach eine Al-Facha-Verpackung, wo mein scheiß Name draufsteht. Und das ist so eine geisteskrank geile Idee. Und da geht auch nochmal ein extra dicker Kuss ans Al-Facha-Team raus. Das war eins der schönsten Geschenke, die ich bekommen habe. Ja, als ich das gesehen habe, da habe ich auch sogar so, boah, krass. Und die haben jetzt auch schon da hinter uns, im Regal haben sie schon den Ehrenplatz. Es ist halt irgendwie so ein gewisser Stellenwert. Also du hast eine Al-Facha-Dose von einem der größten Hersteller, die ist so im Shisha... Der größte Shisha-Tabak-Hersteller der Welt. Weltweit gesehen. Ja, und da hast du einfach eine Dose mit deinem eigenen Namen drauf. Ja, absolut Wahnsinn. Also wirklich so eine geile Idee. Und so scheiß drauf, was die Dosen gekostet haben. Allein diese Geste, allein die Idee, so nice, so nice. Und du hast ja auch, du bist ja dann zurückgeflogen, du hast ja auch ein bisschen Tabak mitgenommen. Wie lief das mit dem Verzollen ab? Stimmt, das können wir nochmal kurz erzählen. Ich habe insgesamt ein Kilo Tabak mit nach Hause genommen, also viermal 250 Gramm. Und es ist so, dass du, wenn du aus einem Nicht-EU-Land zurück nach Deutschland kommst, darfst du 250 Gramm steuerfrei einführen. Das heißt, ich hatte 750 Gramm, die ich versteuern musste. Ich bin dann halt direkt durch den roten Ausgang. Also du holst deinen Koffer und dann kannst du ja zollmäßig sagen, ich habe nichts zu verzollen, ich habe was zu verzollen. Ich bin in rot, also ich habe was zu verzollen. Bin an den Stand da, dann waren da zwei sehr nette Männer, Frankfurter Flughafen, Zoll. Und dann haben die gefragt, was hast du denn dabei? Dann meinte ich so, ich habe hier 750 Gramm Shisha-Tabak, die ich noch verzollen müsste. Die haben nicht mal in meinen Koffer geguckt, also hätten auch zehn Kilo drin liegen können. Die haben dann einfach gedacht, ah ja, wenn der so korrekt ist und in rot kommt, dann wird der uns jetzt schon nicht über den Tisch ziehen. Und ja, dann habe ich die 750 Gramm verzollt und ich habe bezahlt 36,90 oder sowas. Was absolut klar geht. Man muss aber auch dazu sagen, 250 Gramm kosten ungefähr 11 Euro mittlerweile in Dubai. Tabak ist deutlich, deutlich, deutlich teurer geworden. Das heißt, du hättest also 33 Euro da für die 750 Gramm bezahlt. Dann hättest du nochmal 37 Euro bezahlt. Das heißt, du wärst bei 70 Euro für 750 Gramm rausgekommen, wenn du ihn gekauft hättest. Also kaufen und mitbringen, um was zu sparen, lohnt sich nicht. Nicht um zu sparen, aber halt, wenn du sagst, okay, wir haben die Sorten nicht in Deutschland, dann ich kaufe heute. Richtig, oder nicht mehr. Auch ein Doppelapfel schmeckt jetzt in Dubai wieder ganz anders. Ja klar, TBD2 und ja. TBD2 verhindert Minz und Menthol, aber halt eben auch noch vieles anderes. Und ja, ich habe mir einen Gum-Mint mitgenommen. Ich habe mir Cinnamon-Gum mitgenommen, also Big Red. Ich habe mir Gum-Mastik mitgenommen, also Falem. Und ich habe mir eine Traube-Minze mitgenommen. Wie ist der Traube-Minze aus Dubai im Vergleich zu Deutschland? Habe ich noch nicht geraucht. Noch nicht geraucht? Nee, habe ich noch nicht geraucht. Den Gum-Mint habe ich bis jetzt geraucht. Der war sehr lecker. Ich würde, glaube ich, das nächste Mal mal so ein Köpfchen-Zimmen-Gum. Der ist halt zu Hause. Ja, wenn ich das nächste Mal da bin, glaube ich, würde ich da mal ein Köpfchen mir klauen. Ja, Kaugummi-Zimt ist halt auch ein Paradebeispiel für eine Sorte, die halt in Deutschland jetzt vom Tisch ist, die eigentlich super geil war. Ja, ich habe halt noch ein bisschen Vorrat, weil ich bin da ja extrem Fan von gewesen. Ja. Aber die neuen werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Das ist halt die alten, da wird es einfach nicht dran kommen. Ja, leider. Ja. Gut. Das war der Dubai-Trip. Genau, zum Dubai-Trip. Wir waren beide noch bei einem Tasting gewesen. Das ist auch wieder ein bisschen länger her und es handelt sich um das Darkside-Tasting bei Shisha-Union. War der Alex mit dem gesamten Darkside-Team, waren die da gewesen bei Shisha-Union und haben das echt schön aufgebaut, muss ich sagen. Ja. Also, was Darkside da immer abliefert, ist echt top, wenn du so andere Standard-Tastings gewöhnt bist, einfach so ein paar Pfeifen hingestellt. Ja. Hatten ja... Ja, und noch alles super unorganisiert und so. Genau. Und bei Darkside, die wissen genau, wie es läuft. Haben direkt ihre eigenen Pfeifen, eigene Setups dabei, hatten dann noch so eine Fotoecke mit Hostessen aufgebaut für die Leute, noch kleine Giveaways, glaube ich, waren sogar auch noch dabei. Ja, wenn du ein Foto gemacht hast, hast du immer eine kleine Tüte mit so ein paar Goodies mitbekommen. Ja. Fand ich wieder, also organisatorisch war das wieder top, auf jeden Fall. Wir haben uns leider verpasst, du warst ja am Anfang da, ich kam zum Ende hin. Ja. Wir haben uns abgewechselt. Nee, also ein bisschen mit dem Alex gequatscht, so allgemein um Darkside-Thema, Deutschland, Russisch, was so geht. Und ja, an sich, Sorten, kann man nicht meckern. Also hatten leider nicht zum Zeitpunkt die neuen dabei, fand ich ein bisschen schade. Genau, die hatten genau zwei Tage vorher auf Insta die neuen Sorten angekündigt. Was war das? Ako? Ako, Ako, Blue Plast und? Es gäbe noch den Mango Star Line. Mhm, okay. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie er richtig hieß. Ja, auf jeden Fall. Die haben wir auch gar nicht aufgeschrieben. Aber die drei Sorten von Darkside kamen auf jeden Fall zum Ende Oktober, Anfang November war das, glaube ich. Ja. Kamen da raus. Schade, dass die nicht dabei waren. Ja. Aber ansonsten, schönes Tasting, schönes Event. Ich wurde von Alex und Dennis dazu genötigt, was mit denen zu trinken. Ich habe mich tapfer gewehrt. Ja, nee. Aber du hattest auch noch jemanden dabei, der hätte fahren können. Ja, genau. Und ich nicht. Ja, ich hatte die Ausreden nicht. Ja. Dann stand Alex vor mir, hat mir das Glas in die Hand gedrückt und dachte so, ja, okay, komm. Komm, scheiß da drauf, Digga. Ja. Ja, ich war, wie gesagt, am Anfang da. War wirklich schön. Ja. Kann ich allem nur zustimmen. War schön organisiert, war schön gemacht. Meine Freundin musste uns dann auch zum Restaurant wieder nach Hause fahren. Sehr gut. Ja, das war aber nicht das Einzige, wo wir waren, weil wir waren beide auch unabhängig wieder voneinander nochmal in Wiesbaden. Genau. Ich war bei Aladin und bei Holster, habe da jeweils einen kleinen Rundgang gemacht, habe mir noch ein bisschen Grape 2 eingekauft und mit dem Aladin, also mit dem Jonas, waren wir noch schön Sushi essen und du warst auch, ich glaube sogar zwei Tage später oder so, warst du auch noch bei Aladin. Ich war auch noch beim lieben Jonas. Wurde auf der Hinfahrt erstmal geblitzt in der Baustelle. Ah, perfekt. Geil, ne? Ne, da haben wir ein bisschen geredet. Ich habe mir meine Aladin Epochs 360 Pro, habe ich mir mitgenommen. Same. Auch? Du auch? Ja, auch. Ich dachte, du hast schon einen zu Hause gehabt. Nein, nein, ich hatte vorher noch keine. Ah. Ja. Übrigens, also ich finde für den Preis eine sehr, sehr krasse Frage. Ja, absolut. Für das bisschen Geld super krass. Was du da bekommst, ist brutal. Und da haben wir halt auch ein bisschen geredet, auch über die Sachen, die Aladin noch so plant. Da waren auch, ich denke mal, du hast auch so ein paar Sachen im Showroom und in der kleinen Lounge gesehen, die da eventuell noch rauskommen könnten. Ja. Und das sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen, wie ich finde. Definitiv. Ja. Und es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Mit Jonas kannst du dich gefühlt ewig lang unterhalten über alles Mögliche. Also wir sind da vom Thema Shisha hin zu Thema Social Media, TikTok etc. Also Jonas wäre eigentlich auch so ein perfekter Gastronen-Podcast. Ja, definitiv. Ja. Und jetzt geht's auch. Stimmt. Weil, anderes kleines Thema, ich habe das Stream-Setup ein bisschen umgebaut, haben bestimmt viele von euch schon in den Streams gesehen. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Audio-Interface und noch ein Mikro dazugeholt, deswegen hört ihr auch den Alex heute ebenfalls über das Shure SM7B. Das habe ich jetzt zweimal im Studio und vorher hatte der Alex ja das Podmic, das steht jetzt praktisch auf dem Tisch und das heißt, wir könnten jetzt auch mit einem Gast wieder einen Podcast aufnehmen, in trotzdem sehr geiler Qualität. Und noch vier Kameras, eine Overhead-Kamera, eine von vorne, eine für den Raum und eine für die Couch. Und eine hat ein bisschen wenig Lust. Eine macht manchmal ein bisschen Frühfeierabend, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja. Wie war es bei Holster? Holster war auch sehr cool. Wie gesagt, kurzer Rundgang, ein bisschen gequatscht mit dem Ninoa und dann habe ich mir noch ein bisschen Grab 2 eingekauft und direkt mitgenommen. Ja, was auch sonst. Ja, war auch sehr cool. Definitiv. So, und wir waren auch noch einmal zusammen unterwegs. Da sind wir dann sogar gemeinsam hingefahren. Das Buy Candy Tasting, ein neuer Tabak, der bald auf den Markt kommen soll. Die haben eben ein Pre-Launch-Event-Tasting-Abend gemacht, wo wir nach Fulda gefahren sind und uns da schon mal ein bisschen durch die drei Sorten, die erstmal kommen sollen, probieren konnten. Muss auch sagen, Location war sehr nice. Ja, war geil. Wie hieß das Ding nochmal? Sky-Launch-Fulda? Sky-Launch, ja. Und also Location-Top haben sie auch schön aufgebaut, muss ich sagen. So all over, wie sie es gehandhabt haben. Viel Deko und so. Genau. Buffet gab es sogar auch noch. Mhm. Essen war auch sehr gut. War lecker. Was eher so mäßig war, waren die Pfeifen. Zumindest der erste Kopf. Also die Pfeifen, die sie vorbereitet. Wir hatten ja, also Moritz von Mose war ja auch noch am Start, der hat ja auch ein paar Priest 2 mitgebracht. Ja, zum Glück. Aber die Pfeifen, die sie dort hatten, auch wenn die ewig teuer waren, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer war. Ja, ich weiß auch nicht, aber fast 1000 Euro oder so, irgendwelche super special Ami-Pfeifen, die super weird aussehen. Aber halt nicht so geil waren. Ja, zum Rauchen halt definitiv nicht so geil wie eine andere gescheite Pfeife. Du konntest halt auch nur mit dem eigenen Kopf rauchen, was dann so ein eigener HMD war, wo 10 Gramm Tabak oder sowas reinpassen. Ganz wilde Kombi auf jeden Fall. Also ich war schon ganz glücklich, dass wir noch eigene Setups dabei hatten mit Funnel und Nakrani. Definitiv. War schon besser. Und da konnten wir den Tabak auch gut testen. Genau, den ersten Kopf hatten wir halt noch gebaut bekommen. Da war fast kein Tabak drin im Lit-Lib. Das war jetzt eher nicht so der beste erste Eindruck. Das war dieser saure Würmchen. Das heißt, der ist dann irgendwie, ja das war halt super unaussagekräftig, wie wir den dann probiert haben. Und dann haben wir gesagt, können wir die nächsten Köpfe auch selber bauen? Konnten wir dann auch. Und dann haben wir noch den Prince of Africa getestet, der war nice. Und noch den Crazy Mongo. Also auf jeden Fall ein Mongo. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß auch nicht genau. Aber auf jeden Fall ein leckerer Mango. Also ich muss sagen, mein Favorit war am Ende sogar der saure Würmer. Hast du den nochmal geraucht? Ich habe den nochmal geraucht, ja. Ah, okay. Ich habe den dann nach dem letzten Kopf nochmal gebaut gehabt. Ah, weil ich habe den nur in dem von denen gebauten Kopf geraucht und das war halt so, naja, schmeckt halt nach Luft. Ne, ich habe mir den nochmal gescheit gebaut und muss sagen, das war auf jeden Fall so der Kopf, also die Sorte, die ich am besten fand. Prince of Africa kommt sehr nah an African Queen dran, meiner Meinung nach. Ja, geht schon in dieselbe Richtung. Für mich war der Mango der Beste. Der Mango war nicht schlecht. Also für so ein leicht herbe Virginia Mango. Ganz gut getroffen, wie ich finde. Ich bin jetzt nicht der größte Mango-Freund, deswegen wahrscheinlich für mich auch saure Würmer auf Platz 1. Ja, und ich liebe ja Mango, deswegen bietet sich das bei mir halt an, ne? Aber waren auch viele andere noch dabei. Also es war echt ein geiles Treffen mal wieder, weil so viele Leute auf einem Fleck. Hatte man sehr lange nicht mehr. Ja, mit hier, Ali und Yannick waren auch dabei. Willst du jetzt wirklich versuchen, alle aufzuzählen? Nee, okay, ich lasse das. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, Alex. Ich hätte es nämlich einfach gelassen, weil ich weiß, dass ich irgendjemanden bestimmt vergessen würde und das will ich nicht. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Es waren sehr viele Leute da. Und es war sehr schön, mit allen mal wieder ein schönes Köpfchen rauchen zu können. Hast du eigentlich ein Video von gemacht? Nee. Ali und Yannick haben ein Video gemacht. Die Ali und Yannick haben ein Video gemacht. Aber inhaltlich für ein Video ist da halt auch nicht so viel abgegangen. Also auch das Video von Joscha und Yannick, das ging irgendwie fünf Minuten und davon waren drei Minuten B-Roll. Ja, okay. Also wir saßen halt da und haben Weife geraucht. Ja. Aber die Location war cool, also könnte man eigentlich schon mal zeigen, aber habe ich persönlich jetzt nicht gemacht. Aber es war ein sehr cooler Abend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte auch noch einen sehr coolen Trip und zwar wurde ich eingeladen von Go, German Oriental, nee G-O-T, German Oriental Tobacco. Das sind die Hersteller von Al-Wazir. Al-Wazir hatte immer eigentlich ganz coole Flavor. Es gab zum Beispiel diesen schwarze Traube mit Johannesbeere und so. Die Drachenfrucht war extrem beliebt von denen. Die Drachenfrucht war auch beliebt. Ich habe auch noch den Happy Buddha echt gerne geraucht. Aber das Problem war immer, dass der nicht so wirklich Hitze ab konnte. Aber eigentlich ging es gar nicht so primär um den Tabak, sondern eher wie Tabak hergestellt wird. Weil die haben uns nämlich eingeladen in ihre Fabrik. Da bin ich nach Münster gefahren, habe ich den Tier mitgenommen und dann sind wir mal nach Münster gedüst. War leider an dem Tag wirklich scheiße viel Verkehr. Also für eine Strecke, wo du normal irgendwie drei Stunden hättest brauchen sollen, haben wir fast viereinhalb Stunden gebraucht. Ja, das war wirklich schrecklich. Wir sind auch tausend Umleitungen gefahren und so. Es war Katastrophe. Aber irgendwann sind wir auf jeden Fall angekommen, haben abends noch ins Hotel eingecheckt. Dann haben wir noch ein spontanes kleines Community-Meeting gemacht, wo ich gesagt habe, ey, wir sind heute Abend in der und der Bar. Wer Bock hat, kommt vorbei. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich mit fast 20 Mann in der Shisha-Bar gesessen. Das fand ich auch krass. Als ich das gesehen habe, wie viele dann doch gekommen sind. Ja, das war schon Wahnsinn. Also da nochmal, wenn jemand von den Zuhörern im Shisha-Cast da mit dabei war, Kuss, dass du rumgekommen bist. War cool. Ja, und am nächsten Tag sind wir eben zu German Oriental Tobacco, aka Al-Wazir, und haben uns da die Fabrik angeguckt, die wie geleckt war. Also selbst wenn man davon ausgehen kann, dass sie natürlich bestimmt aufgeräumt und geputzt haben, bevor wir da mit unseren Kameras anrücken. Sogar dafür Respekt. Also da hättest du dich einen Meter mit der Zunge über dem Boden schleifen lassen können. Das war wirklich wie geleckt. Und das alles mal zu sehen war ultra, ultra cool. Weil ich das halt jetzt nicht so gut in Worten beschreiben kann, wie diese Maschinen und Co. funktionieren. Es gibt dazu ein Video. Wenn ihr Bock habt, guckt euch gerne das Video auf dem YouTube-Kanal an. YouTube.com slash Shisha-WG. Und dann könnt ihr euch das da nochmal reinziehen, weil das muss man einfach sehen. Das bringt nichts, wenn ich darüber rede. Aber war sehr, sehr cool. Und dann sind wir abends heimgefahren. Und dann ist tatsächlich der Tier meinen alten Benzer gefahren. Weil ich hab dann meinen MacBook dabei gehabt. Hab mich auf dem Beifahrersitz gesessen. Und hab schon mal das halbe Video durchgearbeitet. Und das ist halt, da war ich wieder so, Alter, MacBook ist einfach scheiße geil. Weil der ist schneller als mein PC, der hier im Studio steht. Und ich kann einfach während dem Autofahren stundenlang schneiden und arbeiten, während ich ja eh da drinnen sitzen muss. Ja, klar. Also kann es einfach produktiv sein, wenn du nach Auto fährst. Ja. Und das war halt schon ultra geil. Ja. Und dann waren wir wieder daheim. So, was haben wir noch als nächstes auf unserer Liste? Black Friday war. Black Friday. Ja. Uff. War jetzt auch. Hast du dir was gegönnt? Jein. Ich hab der Firma was gegönnt. Aber nicht mir. Ich hab ein paar Upgrades bestellt. Aber da will ich noch nicht genauer drauf eingehen. Okay. Das können wir dann mal machen, wenn es da ist und wenn es ready ist und im Einsatz. Aber mir persönlich hab ich nichts gekauft. Ich hab nur was für die Videos gekauft. Okay. Ja. Ich hab mir ein paar Supplements gekauft. Das hast du auch gemacht, oder? Stimmt, ja doch. Das hatten wir gestern schon. Stimmt, ein paar Supplements hab ich mir auch gekauft. Ein bisschen Protein und ein paar Riegel und sowas. Ja, also waren ja überall Rabatte und da hab ich gedacht, ein paar Supplements, ein bisschen Vorrat aufstocken. Und ich hab mir noch zwei Pieces bei LFTV bestellt. Zwei Pieces? Hast du dir gekoppt? Gekoppt. Hast du auch einen Dropshoulder-Fit? Was? Keine Ahnung. Ja. Soviel dazu. Bei mir ist auch noch was Cooles passiert. Und zwar hilft mir schon seit längerem der gute Basti beim Schneiden von den Videos, weil ich alleine sonst gar nicht mehr klarkommen würde, wenn ich alles machen würde. Und der Basti ist dann mal vorbeigekommen. Eigentlich war geplant, ich glaub drei Tage. Wir haben dann noch spontan auf vier Tage verlängert. Und dann haben wir uns hier im Studio eingesperrt, haben uns beide Final Cut aufgemacht und haben da einfach mal ein bisschen abgenerdet über Videoschnitt. Waren dann noch ein bisschen weg, mit noch ein paar Leuten Pfeife geraucht und so. Waren dann noch in Frankfurt, weil Mia und ich noch nach Matratzen gucken wollten. Oh, da hab ich mir gegönnt. Wart ihr wieder bei Coco-Matt? Ja. Wir waren so überzeugt von den Kissen, dass wir uns jetzt da auch die Matratzen bestellt haben. Und Alex, ich hab's getan. Ich hab mir eine 2,20 Meter Matratze bestellt. Ja? Ich freu mich so krass auf diese Matratze. Was hast du momentan? 2 Meter. 2 Meter. Halt ganz normal. Ja. Und das heißt halt für mich als 2 Meter Mensch, also du liegst ja nicht komplett oben an der letzten Kante. Das heißt für mich, bei mir ist es komplett normal, dass meine Füße immer aus dem Bett rausgucken. Immer. Und das ist halt gerade im Winter schon nicht so geil. Ja. Ja. Und jetzt kriegen wir bald, hoffentlich noch vor Weihnachten, eine 2,20 Meter Matratze. Sehr geil. Ja. Und dann müssen meine Füße endlich nicht mehr frieren und über die Matratze hinten hinaus ragen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann machen wir noch schön Essen und haben uns ansonsten noch eine schöne Zeit mit Basti gemacht. Basti gemacht und an diesem Wochenende kam auch die erste Folge Seven vs. Wild. An dem Wochenende, wo Basti da war. Genau. Ja. Und das ist ja mal eine der absolut geilsten YouTube-Serien oder YouTube-Specials, die es seit ewigen Zeiten gab. Also und Spaß, ich würde dir auch abkaufen, wenn du es einfach auf Netflix oder sonst wo laufen würdest. Safe. Safe. Also von der Produktion her. Vielleicht ein bisschen anders moderiert und so und dann könntest du das auch auf Netflix bringen. Safe. Aber so wie von den Aufnahmen her, von den Edits und wie das gemacht wurde, echt Respekt. Also geisteskrankes Projekt. Die Idee ist super cool, wie ich finde. Ja. So von diesem Survival und diesem. Du kannst halt nochmal kurz recappen für die Leute, die noch nicht Seven vs. Wild geguckt haben und jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Also das ganze Seven vs. Wild ist ein Projekt vom Fritz Meinecke. So, machen wir kurz die Zange. Ich noch so mit Handgesten so. Ich kann mich nicht drehen und dabei die Zange geben. Ja, okay. Anfänger. Kannst du mir noch einen coolen Korb geben? Aber natürlich. Dankeschön. Ich brauche hier mehr Hitze. Sonst wird das nichts. Kannst du ihn bei dir irgendwo hinstellen? Bestimmt. Okay. Also das ganze Seven vs. Wild Projekt ist ein Event veranstaltet von Fritz Meinecke. Fritz Meinecke kennen bestimmt viele. Für die, die ihn nicht kennen, ist so, so, macht alles. Survival YouTuber. Survival, Bushcraft, so alles mögliche, selbst bauen, eine Nacht in der Wildnis, immer mal in verschiedenen Locations. Shelter bauen, Survival-Techniken, Ausrüstung etc. Also so alles rund um Survival eigentlich. Und er hat sich gedacht, wir machen ein Event mit sieben Leuten, die wir einladen in die Wildnis nach Schweden, wo dann sich die jeweiligen Leute nur sieben Gegenstände aussuchen dürften, die sie mitnehmen auf die Reise für die sieben Tage und dann eine Woche lang in Schweden in der Natur ausgesetzt werden. Ja, jeweils einzeln. Jeweils einzeln und dann gucken müssen, wie sie das Ganze handhaben. Ja. Und das Ganze dann noch mit ein paar Tages-Challenges versehen. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Und ja. Es ist einfach, ey, es ist so gut produziert. Ich freue mich jetzt schon so auf morgen Abend, wenn ich die nächste... Oh nein, Mia ist morgen auf einem Geburtstag. Das heißt, ich kann erst Sonntagmorgen die neue Folge gucken. Aber weißt du, was das Schlimmste war? Was? Die vorletzte Folge mit dem Cliffhanger. Junge, der war so mies. Ich weiß nicht, wie viele jetzt spoilern können. Am besten gar nicht. Am besten gar nicht. Aber der Cliffhanger, der war ja asozial. Junge. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das, was dann passiert ist, passiert. Passiert, ja. Ich habe mir ganz andere Sachen ausgemalt, aber nicht das. Hast du irgendeinen Favoriten? Ja, Fabio, Digga. Nee, also nicht einen, wo du es dir wünschst, sondern wo du denkst, so der gewinnt das Ding. Glaubst du, Fabio gewinnt das Ding? Ich könnte es mir auch gut vorstellen, ja. Okay. Also ich sage Favoriten von Wer könnte es schaffen? Fabio oder Fritz? Ja. Sieger meines Herzens, 100% Fabio. Same, ja. Sehe ich auch so. Also allein die Eier, die der schon bewiesen hat, geisteskrank. Also man muss dazu sagen, Fabio hat... Nein, nicht Spoilern. Na gut, es kommt ja in der ersten... Ah, okay. Einfach nicht den Inhalt erzählen. Wenn es jemand gucken will und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr gerade was Geiles sucht zum Gucken, guckt auf jeden Fall mal Seven vs. Wild. Und auch nicht irgendeine Reaction oder sowas. Guckt euch das wirklich auf dem Fritz-Kanal an, damit der gute Junge auch die Klicks und die Watchtime kriegt. Yes. Weil der hat da jetzt schon ein Problem, dass alle Streamer um 18 Uhr immer direkt auf die Folge reacten. Nee, dürfen sie ja gar nicht. Das hat er ja schon vorher gesagt. Er hat sie darum gebeten. Aber es gab trotzdem genug, die es gemacht haben. Achso, ich dachte, du kannst doch auch als Ersteller von einem Video... Wenn ein Video hochkommt, kannst du das dann claimen, wenn da ein Inhalt drin ist. Aber in einem Stream hast du da erstmal so schnell keine Chance. Das ist halt... Ja, und dann kriegt der halt direkt tausende Klicks weniger. Ja, ich dachte, da ist halt der Anstand auch von den Leuten da, wenn man das extra noch vorher sagt. Ja. Weil ich finde es auch wirklich legitim, das zu sagen, weil gerade... Also vor allem bei so einer Produktion. Was da an Arbeit und Geld drin steckt. Ich will auch gar nicht, wie lange die Planung gedauert hat. Ja. Boah. Und dann musste in der Zwischenzeit ja trotzdem noch normaler Content von Fritz kommen. Das muss wahnsinnig stressig gewesen sein. Und dann hat er ja auch noch selbst teilgenommen. Ja. Ja. War ja selber eine Woche im Endeffekt dann... Also wir wissen es nicht, aber war ja dann... Ja, plus zwei Tage vorher wahrscheinlich und zwei Tage danach, die du noch tot bist. Warst du halt einfach mal weg, kannst keinen Content machen. Ja. Kannst du nichts leaken. Ja. Ja, aber Seven vs. Wild, unglaublich geiles Ding. Falls ihr es nicht geguckt habt, guckt es euch gerne mal an. Und speaking of weg und keine Zeit, so ging es mir ja auch. Ich habe ja schon vorhin nochmal kurz angeteasert, ich habe es vorhin eigentlich schon erzählt, dass ich halt von den letzten acht Wochen, nee, von den letzten zwölf Wochen sechs unterwegs oder krank war. Und deswegen fühle ich da auf jeden Fall mit dem guten Fritz, dass das doch sehr, sehr stressig sein muss. Du warst aber auch noch unterwegs, aber nicht in der Wildnis, sondern bei Aeon. Genau, also ich habe mir den Image geschnappt aus Sumera, weil da kommt auch was Cooles, kann ich noch nicht viel zu sagen, aber da ist was für Sumera geplant. Und da waren wir bei Ian gewesen im Office. Wir waren da ja schon, wie lange ist das eigentlich her? Boah, zwei, drei Monate auch schon wieder, ne? Krass. Ja. Also waren da im Ian-Office, hat der liebe Mo dem Irmit nochmal alles gezeigt, haben ein bisschen Tischtennis gespielt. Gezeigt also. Ja. Verstehe. Bisschen Tischtennis gespielt. Das geht, one does not simply go to Aeon and not play Table Tennis. Haben natürlich gnadenlos verloren. Die Jungs haben auch einfach zu viel Übung. Das haben ja nochmal Pascal und Mau gegeneinander gespielt. Wir standen da so nebendran und dachten so, okay. Uff. Ja. Haben dann noch eine schöne Pfeife geraucht. Ja. Ja, und danach sind wir noch essen gegangen. Down Under war das in Bad Vilbel. So ein australisches Restaurant slash Bar. Was isst man dann? Känguru und Krokodil oder was? Gab's da sogar, wirklich. Ne, ich habe aber so einen Barbecue-Schnitzel habe ich gegessen. Und Barbecue-Schnitzel? Einen Schnitzel mit Bacon, Barbecue-Sauce und Käse. Boah, Alter. Das klingt ja schon wild. Ja, Mau hat gesagt, das hat er letztes Mal gegessen. Das war gut. Das ist halt mächtig. Und du dachtest so, ja komm, nehmen wir doch eins. Aber war lecker. Mächtig möchte ich. Genau. Alex immer, wenn er essen geht. Und danach waren wir noch in der Plur-Bar. Da waren wir alle drei noch nicht gewesen. Wir dachten so, okay, wir haben von dir Gutes gehört. Wir haben ja gemein gehört, dass die ganz gut sein soll. Gucken wir da doch mal vorbei. War auch wirklich echt top. Also Pfeifen waren schnell da. Haben gut geschmeckt. Top-Setups. Einziges Manko ist halt, die Bar ist relativ klein. Sehr klein. Ich habe auch davor geschrieben, dass wir noch einen Platz kriegen. Weil ich habe gesagt, bevor wir jetzt nach Frankfurt fahren. Und die Chance ist relativ hoch, dass die Bar einfach voll ist. War die am Wochenende oder unter der Woche? Das war unter der Woche. Ja, da sollte es eigentlich gehen, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir trotzdem nochmal hingeschrieben. Sicher ist sicher. Genau. Bevor wir dann in Frankfurt stehen mit zwei Autos und du weißt nicht, wohin. Naja, absolut. Und haben wir da noch eine schöne Pfeife geraucht. Und dann war die auch noch im Romera, habe ich gesehen in deiner Story. Dann haben wir eine Runde Monkey gespielt. Habe natürlich alle abgezogen. Ja? Nein. Nein. An dem Tag hatte ich echt Pech gehabt. Ja, Pech hat er gehabt, natürlich. Und dann gab es noch... Er lag nicht am Skill, nein. Nein, nein, nein. Und dann gab es noch eine Revanche im Umera, genau. Ich habe dir doch sogar noch geschrieben gehabt. Ja, ob ich mit will. Genau. Ja. Ja, du hast mich mittags sogar angerufen. Ja. Aber ich konnte nicht. Dann habe ich dir nochmal geschrieben, ob du dann abends nochmal mit in die Bahn möchtest. Weiß ich gar nicht mehr. Perfekt. Muss ich ehrlich sein, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte ja schon am Telefon gesagt, das war genau dasselbe Thema, was ich gerade angesprochen habe. Aber es würde mit Sicherheit viele coole Möglichkeiten geben, gerade nochmal wegzukommen und nochmal wegzugehen und hier eine Pfeife zu rauchen und mit dem eine Pfeife zu rauchen. Und ich muss halt einfach gerade zu viel Nein sagen, weil ich zu viel Arbeit habe. Auch heute. Ich bin heute Morgen kurz ins Fitnessstudio gegangen, habe mir noch was mitgenommen zu essen. Jetzt bist du da. Nachher kommt noch der René. Also ich werde heute wahrscheinlich vor 10 Uhr wieder nicht aus dem Büro kommen. So sind einfach gerade meine Tage. Aber dafür hatte ich ja auch zwei Wochen erkältungsfrei sozusagen. Und ich war auch viel unterwegs. Bloggermeed. Das war Malediven. Und es war Dubai. Stimmt, Bloggermeed war ja auch. Bloggermeed war auch noch. Machen wir denn jetzt eigentlich die Skifahrt? Ja, weiß ich nicht. Wie sieht es aus? Flo, wie läuft die Planung? Welche Hütte nehmen wir? Hast du schon was gebucht, ja? Also F-O-R-I für euch. Wir hatten kurz überlegt, ob wir nicht vielleicht im Februar oder so nochmal einen Winterbloggermeed machen. Oder Bloggermeed Winter Edition oder so. Wo wir dann irgendwie snowboarden gehen und abends auf einer Hütte dann streamen und Pfeife und Sauna und weiß ich nicht. Aber bis jetzt ist es nur jeden gespürzt. Die Idee war ja eigentlich im letzten Cast. Und dann hat Flurin gehört und hat das dann in die Gruppe von uns gepostet. Und waren alle gar nicht so abgeneigt am Ende des Tages. Ich glaube auch. Müssen wir mal gucken. So, weißt du, wonach wir auch mal gucken sollten? Nach unseren Köpfen? Ja, nach unseren Köpfen. Also, kurze Unterbrechung. Wir bauen uns mal neue Köpfe. Die Köpfe sind gebaut. Wir sind wieder am Start. Wir haben nämlich noch einige News-Themen, über die wir mit euch reden wollten. Wir hatten praktisch bei dem ersten Kopf jetzt komplett das Real-Life-Thema abgehakt. Fehlen uns jetzt also noch die News. Genau. Lass das bitte, Alex. Wir machen jetzt kein ASMR-Podcast. Für die News. Nein. Du kannst die News anmoderieren in ASMR, wenn du willst. Okay, wir kommen jetzt zum News-Segment. Lauter. Wir kommen jetzt zum News-Segment. Natürlich auch wieder, das beinhaltet Werbung. Ja. Ja. Können wir jetzt nochmal weitermachen? Ja, jetzt können wir uns nochmal weitermachen. Also, fangen wir doch direkt an. Und zwar, X-Segment hat einiges rausgehauen. Ja. In der Zeit jetzt. Und zwar ganze drei Sachen. Drei Sachen. Zwei davon habe ich gerade an. Ja, stimmt. Nee. Nee. Ja. Stimmt. Ja, weil ich vorhin noch sagen wollte, nimm das andere doch noch mit. Den HMD. Ja. Dann hättest du nämlich komplett das Setup gehabt. Dann hättest du komplett das Setup gehabt. Aber irgendwie habe ich doch schneller wieder zum Callout gegriffen, als dem Tufanlieb wäre. Ja. Ja, genau. Also, erstes Produkt, haben wir gerade schon verraten, der XUGA-HMD. Ja. Ein Edelstahl-HMD, sehr, sehr massiv schwer. Ähm, bisschen höher als ein Nagrani, auch schwerer als ein Nagrani. Ähm, passt eigentlich auf jeden gängigen Kopf, wo du eh ein HMD draufpackst. Wird also, hab ich jetzt so Erfahrungen gemacht. Alles, wo ein Callout draufpasst und wo ein Nagrani draufpasst, da passt er eigentlich auch. Ja. Also, er hat bei mir noch auf keinen Kopf, wo die anderen draufpassen, nicht draufgepasst. Genau, ja. Ähm, ja. Und Erfahrung? Erste? Ähm, ich würde ihn einordnen zwischen Nagrani und, ähm, Callout. Ich finde irgendwie, ich finde das immer dumm, da den Callout überhaupt mit reinzunehmen. Für mich ist der Callout was anderes. Ist für dich was anderes? Ja. Ich finde, ähm, so vom, vom Rauchverhalten her ähnelt er sehr dem Callout ein bisschen mehr Hitze. Finde ich nicht. Also, ich finde, da ist er deutlich näher am Nagrani dran als am Callout. Ja, safe. Ich finde andersrum. Echt? Ja. Also, für mich ist Alpha Hooker, HMD, Nagrani und X Hooker vergleichbar und ich finde, Callout ist irgendwie nochmal so ein bisschen was eigenes. Ne, mit Alu, mit den Noppen und so. Ist für mich einfach nochmal ein bisschen was anderes. Ja, verstehe ich auf jeden Fall, aber ich finde so, vom reinen Rauchverhalten her habe ich jetzt so, für meine Einordnung so eher Richtung Callout her, wie ich ein Rauche, wie ich so das Gefühl habe, als jetzt mit einem Nagrani. Dann ist das so. Ja, dann ist das so. Gibt es in drei Farben? Ja. Rainbow, Silber und Gold. Genau. Soll aber noch was dazukommen. Ich darf das, glaube ich, noch nicht verraten, aber da kommt auf jeden Fall noch was. Ja. Ist noch was geplant. Ich weiß auch nicht, ob wir es sagen dürfen. Was ich aber weiß, was wir sagen dürfen und auch unbedingt sagen müssen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem HMD ist, der kostet nur 25 Euro. True. Und mit Code Directly 10 oder SWG 10, Werbung an der Stelle, sind ja Affiliate Codes, kann man nochmal 10% sparen, dann kriegt man ihn sogar nochmal auf 22,50 Euro runter. Was für einen Edelstahl haben die schon sehr gut. Ja, das ist schon wirklich eine Ansage an Preis. Ja, und außerdem auch noch neu, die zwei Sachen, die ich gerade benutze. Alle, die den Podcast in Videoform gucken, die können es jetzt auch sehen. Einmal die Moaf Shisha von Nixuka. Eine Pfeife, die eine getrennte Rauchsäule und ein getrenntes Tauchrohr hat, was eben ermöglicht, die Pfeife groß und klein zu rauchen. Ich habe sie jetzt gerade in klein an. Und die Besonderheit an der Pfeife ist auf jeden Fall klar, dass man sie verstellen kann, was ich eben gesagt habe. Aber auch noch, dass es sozusagen eine Zwei-Layer-Base ist, mit einer Gap zwischendrin, die es ermöglicht, dass man von der Base an nach unten entlüftet. Ja, kannte man so eigentlich bisher nur von der Shisha The Rock, meine ich. Ich weiß nicht, ob es dann das nochmal genauso gab. Ja, ansonsten. Perfekt. Ich mache den Blow-Off für die Leute, die das Video gucken und denke so, ja gut, der Alex redet ja weiter für die Leute, die nur hören. Und auf einmal der Alex so, oh, schöner Blow-Off. Da gucke ich hin. Schön, guck mal, Rauch, ja. Und ich gestikuliere ihm so, red mal weiter. Und dann ist so, ja, da hast du, ah, scheiße. Ich habe den Faden verloren. Ich habe es gemerkt. Ja, wo warst du denn stehen geblieben? Das ist den da vorne nur bei, vom Blow-Off her nur bei der Shisha. Ja, The Rock gab, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ob es den so vergleichbar nochmal in der Variante gab. Weiß ich auch nicht. Also du hast auf jeden Fall recht mit der The Rock. Ich muss aber sagen, also die The Rock war natürlich von der Verarbeitung her ein ganz anderes Level. Shisha ja war halt immer geisteskrank. Aber war auch ein ganz anderer Grundgedanke bei der Thematik. Also du hast hier ja eine Steckpfeife, da hast du eine Schraubpfeife, wo das eingearbeitet wurde, weil du musstest das ja nochmal anders machen. Hier kannst du ja im Endeffekt ein bisschen überstehen lassen. Dafür, dass sie dasselbe Feature haben, könnten die zwei Pfeifen nicht verschiedener sein. Ja. Funktioniert aber deutlich besser als bei der The Rock. Auf jeden Fall. Die The Rock hatte das Problem, dass der Durchzug nicht so geil war. Das war gewollt. Aber der Blower vor allem extrem schwerfällig ging und das konnte damals nicht anders gelöst werden bei der The Rock. Zumindest hat Shisha ja damals nicht anders hinbekommen. Bei der X-Hooker Morph ist es aber deutlich leichtgängiger und sieht deswegen auch viel beeindruckender aus. Super, super schöner Blower. Für mich eine super coole Weiterentwicklung beim Blow-Off, weil wir haben das ja im Moment so oft, dass immer mehr und immer mehr Blow-Offs nur mit der Zahl protzen. Hauptsache richtig viele Blow-Offs da reinpacken. Und bei der Morph ist halt ein Blow-Off, aber der ist schön. Ja, der ist cool. Und du hast halt das Feature, dass du halt zwei Pfeifen in einer hast. Also das ist echt ein ganz cooles Ding. Also ich bin ehrlich, ich benutze eigentlich zu 90 Prozent die kleine Variante. Finde ich einfach weitaus schöner. Sie ist, du hast ja auch die Edelstahl-Variante. Die ist wirklich sehr, sehr schwer. Also gerade, wenn du sie groß hast, ist das wirklich ein Brecher. Ja, wirklich saumassiv. Und kleine Pfeifen mag ich eh lieber. Deswegen, ich habe die einmal in groß geraucht, danach habe ich die obere Rauchselle rausgenommen, Tauchrohr geteilt und habe es da als kleine Variante geraucht und finde ich einfach auf dem Weiten besser. 100 Prozent selbe Meinung. Bei mir auch, ich bin da genau derselben Meinung, kleine Pfeifen sind für mich einfach tausendmal praktischer, tausendmal cooler und deswegen bei mir auch die Morph fast immer nur in der kleinen Variante an. Ich habe sie einmal in groß geraucht, um es zu testen und seitdem läuft die eigentlich dauerhaft in der kleinen Variante, weil ich es viel, 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 viel nicer finde. Aber es ist definitiv eine coole Pfeife geworden. Rauchsäule und Base sind dann halt in der kleinen Variante trotzdem sehr massiv. Das muss einem gefallen, aber wie immer, Optik ist halt einfach Geschmackssache. Müsst ihr dann einfach selber wissen, ob euch das gefällt oder nicht. Man kann sie sogar schon vorbestellen seit, ich glaube, dem 1.12. Seit dem 1.12. Und auch kommt kurz vor Weihnachten dann. Genau, 20.12. Ja, 20.12. Preislich liegt die Große bei 180, ne, die Edelstahl bei 180 und die Pomme bei 150. Ich glaube schon, ja. So war das, ne. Aber auch da, Werbung an der Stelle, Directly 10, SWG 10, ne, sprecht euch ab, immer mit eurem Sitznachbar. Immer abwechselnd. Immer abwechselnd, ne. Fragt, was der vor euch, der vor euch Hörende da genommen hat und ihr nehmt dann einmal den anderen Code, falls ihr euch die bestellen wollt. Aber da könnt ihr eben nochmal 10% sparen und da sind es halt nicht nur 2,50 wie beim HMD, sondern direkt mal 15 Euro mindestens. 15 oder 18 Euro. Und ist schon, ich persönlich finde die Pfeife echt super schön. Also es ist echt gut geworden. Ja. Mir gefällt das Design. Ich habe mich auch für die Edelstahl-Variante entschieden. Finde ich einfach und weitaus edler auch bei Edelstahl. Edelstahl. Entschuldigung. Pop-Varianten müssen einem halt gefallen. Ich fand die Edelstahl-Variante um einiges besser. Ja, und ja, ansonsten, was man vielleicht noch dazu sagen kann, innerhalb der Base sind so zwei kleine Stifte, die das ganze Konstrukt so ein bisschen zusammenhalten. Die gehen gerne mal verloren. Und da hat sich X-Looker auch wieder was Cooles ausgedacht, wie ich finde. Und zwar, wenn ihr die verlieren solltet, könnt ihr dem Support einfach schreiben. Die kriegt ihr kostenlos jedes Mal nachgeliefert. Ja, das hast du gestern im Stream erzählt und ich war ultra überrascht, weil ich da gar nichts von mitbekommen habe. Ja, Tufa hat mir das gesagt. Ich wusste das nicht und das ist ja immer mega geil. Ich fand das mega cool, deswegen habe ich das auch direkt dazu gesagt. Zählt das auch für die Kugeln? Ich, Kugeln weiß ich gar nicht. Weil das wäre ja dann wirklich das Sorglos-Paket. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß auf jeden Fall die Stifte, weil die halt so, das sind ja so ganz kleine. Aber nur Stifte ohne Kugeln würde auch nicht viel bringen. Tufa? Tufa, wenn du das hörst, da musst du vielleicht nochmal aufklären. Ich mache mal kurz den YouTube-Chat noch auf. Wir streamen ja wie immer. Genau. Und vielleicht ist Tufa ja am Start und könnt ihr uns das direkt nochmal schreiben. Und dann können wir euch da gleich nochmal direkt in dieser Folge updaten. Aber erstes Fazit. Ich finde es cool. Ich finde die Pfeife sieht geil aus. Ich finde die Funktion nice. Ich finde das Rauchverhalten cool. Und ein komplettes Review inklusive Cinematics kommt natürlich noch auf dem YouTube-Kanal. Ich hoffe doch. Ja, sicher doch. Und ich finde es eine coole Weiterentwicklung, so von den Pfeifen, wenn du jetzt mal zurückblickst bei X-Hooker. So von der Impuls zu Division, zu Division Nano, jetzt zu Morph. Sind wirklich, finde ich, haben sich immer weiterentwickelt. Sind so an den Fehlern, die sie auch gemacht haben, gewachsen. So zurückblicken zum Beispiel auf die Nano. Und super gutes Produkt. Ich bin super happy damit. Und ja, aber es kam ja noch was, was extrem unerwartet kam. Würde ich mal so behaupten. Sehr, sehr, sehr. Und zwar der Zetsu von X-Hooker. Das Ganze ist ein Funnel. Handmade in irgendeiner Meisterfabrik. Wir wissen beide nicht, wo. Wir hatten gestern, haben wir im Stream live das erste, ich das erste Mal, das zweite Mal getestet, glaube ich. Wir hatten beide so Vermutungen, geht es so in die Richtung von Touren so ein bisschen. Ja, also es wirkt halt so, als könnte es ein Touren sein. Aber wir haben da halt keinerlei Bestätigung, weder von Touren noch von X-Hooker. Es soll wohl auch einfach geheim bleiben. Von daher ist es relativ wurscht. Muss man sich gar nicht den Kopf zerbrechen. Fakt ist, sehr, sehr massiver Kopf mit 290 Gramm. Großes Fassungsvermögen. Nicht das Größte, was man so kennt, aber doch schon groß. Ich denke, man kann den Kopf so zwischen 22 und 26 Gramm bauen. Ist anscheinend auch, ich habe gestern mal mit Touren nach dem Stream ein bisschen geschrieben, ist anscheinend auch wieder Abweichung innerhalb der Köpfe. Klar, das ist Handmade, ne? Genau, er hat gemeint, er baut mit 19 maximal 20 Gramm zum Beispiel. Okay, das wären aber schon krasse Unterschiede. Ist auch die Frage, wie er halt den Kopf baut. Wir bauen immer ein bisschen höher. Wenn er unter den Rand baut, vielleicht, keine Ahnung, auch Fluff. Wir bauen ein bisschen Semidense. Natürlich hast du da immer ein bisschen Chanceunterschiede. Aber ich würde sagen, so 20, 25 Gramm auf jeden Fall. Ja. Sollte man sich so drauf einstellen, wenn man sich einen bestellt. Aber performance-mäßig konnte ich überhaupt nicht meckern. Ich konnte nicht nur nicht meckern, ich konnte sogar viel loben. Ja. Also ich finde den echt gut. Ich habe den jetzt direkt wieder angemacht. Ich habe den gestern drei Köpfe lang geraucht und bis jetzt finde ich den echt spitze. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich finde 40 Euro halt gerade in Konkurrenz zum in Deutschland hergestellten Haifen, schwierig. Auf der anderen Seite, den Haifen kriegst du fast nie. Eben. Und da könnte halt echt eine ganz gute Alternative sein, weil performance-mäßig muss er sich da nicht verstecken. Nee, auf keinen Fall. Das überhaupt nicht. Und ich habe gestern auch mal meinen Zetzer ausgepackt. Mein Bruder hat ja netterweise den Kopf aus der Parkstation auch mitgebracht. Als Gute-Nacht-Kopf. Und da lief auch butterweich. Ja. Ich war echt... Also egal, ob ich Dark Blend oder Virginia reingepackt habe, bis jetzt läuft das Ding echt wunderbar. Genau. Ja. Also auf jeden Fall Empfehlung da auch von meiner Seite. Definitiv. Und man kann nochmal vier Euro sparen. Vier Euro kannst du auch nochmal sparen, ja. Safe. Definitiv cooler Kopf. Aber es gibt noch mehr Köpfe. Es sind zwei neue Colorways vom Viro Globe rausgekommen. Tokio und... Dublin. Dublin. Yes. Die beiden noch original verpackt hier bei mir. Ich bin noch nicht zugekommen, die auszupacken. Es sind ganz schöne Colorways. Es sind jetzt nicht meine Favoriten, was die Farben angeht. Ich glaube, bei mir bleibt der Konfetti einfach auf der Eins. Ja, safe. Also ich weiß nicht. Der heißt nicht Konfetti. Welcher war denn das jetzt nochmal? War das der Rio? Ich glaube, das war der Rio. Ich glaube auch. Wegen Karneval. Ja, Konfetti. Bipapo. Also das war der Rio. Ist auf jeden Fall mein Favorit. Ah, Tufan ist da. Ja. Da können wir gerade nochmal... Ja, Tufan. Das Sorglos-Paket. Geht das nur auf die... Stifte? Oder sind da auch Kugeln mit drin? Sag mal an. Ja. Und es gibt noch einen neuen Kopf aus dem Hause Aeon Slash Vyro. Beziehungsweise auch ein neuer Colorway. Genau, ja. Stimmt. Kein neuer Kopf. Ein neuer Colorway. Und zwar gab es ja die Zusammenarbeit zwischen Ion und Solaris. Da gab es bis jetzt den Nova. Ein schwarzer Kopf mit weißen Akzenten und dem blauen... Heißt der neue nicht Nova? Sapphire. Meine ich natürlich. Ja. Und was... Wie heißt das blaue? Die Essenz? Weiß ich nicht mehr. Fluoreszierende Essenz. Also das halt leuchtet im Dunkeln. Ja, so ein fluoreszierendes Zeug, der kann leuchten. Und der Nova heißt der neue ist im Endeffekt genau umgekehrt. Ist ein weißer Kopf mit schwarzen Akzenten und auch wieder fluoreszierende Essenz. Finde ich sogar nochmal ein bisschen schöner. Und ich habe mich auch echt gefreut, weil ich momentan wieder ein bisschen mehr Meldachköpfe rauche. Also... Das ist krass. Wie kam das? Einfach so? Das ist eigentlich ganz lustig. Und zwar hatte ich mit dem Kenan von Nookertainment auf dem Buy Candy Event, haben wir ein bisschen gequatscht. Ja. Und er meinte, er ist voll überzeugt von allgemeinen Meldachköpfen. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich mich zu Hause gesagt, probiere das mal ein bisschen aus. Und war auch sehr überrascht, wie das lief. War happy. Und seitdem... Wieder mehr Meldach. Ja, vor allem so Solaris, Mumia, also was geringste Mumia. Ja. So gerade die beiden. Japona, Killerball und so. Krass. Ja. Bei mir wirklich gar nicht. Also Tufan hat gerade aufgeklärt, die Kugeln sind sowieso schon seit Tag 1 ein Sorglos-Paket. Also die gab es schon immer. Und jetzt bei der Morph auch die Stifte. Das ist natürlich ganz cool, ne? Wo andere dann vielleicht nochmal 5 Euro nehmen für so ein Kugelset oder sowas. Weißt du halt, bei X-Hooker, wenn die mal doch in die Spüle abhauen beim Saubermachen oder so, muss ich da nicht stressen. Finde ich sehr cool. Das ist gut. Ja. Ja. Ich bin beim Mehrloch-Ding wirklich komplett raus. Also ab und zu denke ich mir wieder, ach komm, raust du mal einen Kopf im Mehrloch. Aber mir fehlt einfach der Wumms. Dieser leichte Throat-Kick. Echt? Doch, ich finde, also gerade so, wenn ich so einen Dark-Blend-Mix im Wuskel mit 4 Kohlen dann... Ja, aber nicht nur so vom Dark-Blend. Mir fehlt halt auch einfach so dieser gescheite Kontakt. Weil im Mehrloch willst du ja dann eigentlich eher fluffig bauen. Selbst wenn du dann höher baust, fällt der relativ zusammen. Dann kannst du entweder so hoch bauen, dass du Kontakt hast. Aber dann hast du oft das Problem, dass die die Löcher verstopfen. Und irgendwie... Ich baue den eigentlich immer auf Kontakt. Ich hatte da noch keine Probleme mit. Ja, aber du kriegst ja nicht so einen geilen Kontakt wie beim Funnel, wo da von unten wirklich was dagegen hält. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde trotzdem, so vom Rauffalten her, ich vermisse da teilweise nichts gegenüber einem Funnel. Also ich greife teilweise wirklich momentan lieber zum Meerloch als zum Funnel. Wild. Wild. Ich nicht. Ich merke es. So, es gibt noch mehr News. Und zwar hat Hukain eine neue Marke, Untermarke, eine neue Linie gegründet. Und zwar den Fog Your Life. Nicht die Beleidigung Fog, sondern Fog wie Nebel. Das ist eine Reihe, die aufgrund TPD entstanden ist. Also, ich sage das jetzt noch ganz deutlich einmal am Anfang. Fog Your Life ist nicht dafür gedacht, um die 25-Gramm-Regelung rumzukommen. Es sind nämlich auch 70 Gramm. Und 70 Gramm sind bekanntlich mehr als 25 Gramm. Ergo, wenn du wüsstest, wie viele Fragen ich deswegen bekommen habe, dürfen die Diener weiterverkaufen? Nein, es sind 70 Gramm. Du darfst nur 25 Gramm verkaufen. Also manchmal könnte ich mir, weißt du, egal. Man kann natürlich dieses System noch ein bisschen abwandeln. Es könnte sozusagen eine Vorentwicklungsstufe von einem TPD-konformen Zwei-Komponenten-System sein. Ist es aber erstmal nicht. Im Moment sind es 70 Gramm Molasse, die du kaufen kannst. Und dann kaufst du die 130 Gramm, nee, 70 Gramm Tabak. Und dann kannst du die 130 Gramm Molasse dazu kaufen. Und 70 Gramm und 130 Gramm ergeben dann 200 Gramm. Richtig, Alex. Sehr gut. Mathe aufgepasst. Mathe aufgepasst. Quick math. Ja, und das ermöglicht eben, dass man in die Molasse trotzdem Minze und andere Zusatzstoffe packen kann, die durch TPD verboten wurden. Und das heißt, dass Hukain da, ich weiß gar nicht, wann sechs oder sieben Sorten erstmal rausgebracht haben. Es sollen auf jeden Fall noch viele weitere kommen. Ich habe mich aber vor allem in eine erstmal verliebt. Und das ist der Zitronenminze. Das ist die beste Zitronenminze für mich. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht probiert. Ach, ich habe schon wieder nachbestellt, weil meine Zitronenminze ist schon wieder leer. Ich glaube, ich muss mir die zu Hause erstmal aufmachen. Der ist so gut. Hast du den daheim? Ich habe den daheim, ja. Ja, also gerade den Zitronenminze, Alex. Wenn du dran riechst, dann wird dir schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich habe zu Hause noch so viel Stuff, den ich testen muss. Vor allem jetzt, das wird ja auch nicht einfacher. Wir haben ja noch auf ein anderes Thema gleichzukommen, einen Adventskalender. Da ist ja auch jeden Tag noch was drin. Ja, gestern habe ich schon nicht geschafft, meinen Adventskalender-Shot zu rauchen. Ich habe es am ersten nicht geschafft. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ja. Auf jeden Fall Fuck Your Life kommt, glaube ich, raus dann bei 16,90 Euro, wenn man es kombiniert. Ich glaube, 16,80 Euro würde es dann kosten. Also relativ normaler Tabakpreis auf die 200 Gramm. Es ging auch nicht darum, um Geld zu sparen. Es ging darum, dass man wieder richtige Minze und andere Zusatzstoffe am Tabak haben kann, die eben aktuell normal verboten sind. Darum ging es. Das haben sie gemacht. Haben sie geschafft. Genau. Sehr, sehr geiles Zeug. Gerade den Zitrone-Minze kann ich eigentlich in fast jedes Köpfchen mit reinmischen. Also der ist mega geworden. Dann kommen wir doch direkt zum nächsten Tabak, der noch rausgekommen ist. Und zwar der Peary Punch von Holster. Das Ganze ist eine Birne in der Punch-Edition. Und ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen abgeneigt, hat mich dann aber zum Ende hin doch sehr überrascht. Und ich muss sagen, also für mich persönlich am Anfang hat es so eine leichte Bitternote gehabt. Aber so wenn du dir so 15 Minuten laufen hattest, dann war das eine richtig leckere Birne. Also für mich, direkter Vergleich zu Tier von Darkside, ist halt Dark Blend Basis. Und ich finde, wenn du einen guten Birnentabak auf Virginia Basis haben willst, dann go for it. Ja, safe. Ich finde auch den Vergleich mit dem Tier von Darkside wirklich hervorragend, weil die super nah beieinander sind. Also das könnten auch eins zu eins dieselben Aromen einmal auf Dark Blend Basis und einmal auf Virginia Basis sein. Man muss wissen, dass es eben ein sehr bitterer Birne ist. Also fast eine noch nicht ganz reife Birne. Ich finde aber, da fängt es sich ein bisschen ab zum Ende hin. Aber würdest du sagen, dass der süß wird? Fruchtig süß? Nee. Null, oder? Also nicht das süß, was du sonst von anderen Sorten gewohnt bist. Also ich finde, es ist ein fruchtiger Birnentabak, der aber definitiv in die saure Richtung geht. Saure, leicht bittere Richtung geht. Was nicht heißen soll, dass ich den schlecht finde. Ich finde den gut. Für mich persönlich läuft der aber eher in Mischungen, wo dann auch was Süßes noch mit dabei ist. Das gefällt mir dann meistens deutlich besser. Aber kein schlechter Tabak. Eine gute Addition in der Punchline von Holzer, würde ich sagen. Ist auch auf der Liste von mir sehr weit nach oben gerutscht, muss ich sagen. Also ich glaube, der ist sogar fast direkt hinter Crabzer.0 bei mir. Wild. Das ist eine echte Ansage. Die Dose war sehr, sehr schnell leer bei mir. Ja, das ist krass. So, und was auch krass war, ist die neue Stimulation-Pfeife. Die Pro X Mini. Also Verarbeitung und Qualität muss man bei Stimo halt gar nicht mehr drüber reden. Und auch, by the way, wenn ihr die Pfeife sehen wollt und so nochmal genau darüber Bescheid wissen wollt, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Es ist aber bei Stimulation immer so, dass die Qualität einfach perfekt ist. Eine Sache muss man dazu sagen, das habe ich im Video nicht erwähnt, weil ich dachte, die Leute wissen es durch meine vielen Stimulation-Videos, die davor schon kamen. Man hat natürlich das 360-Grad-Klick-System. Heißt, dass die Rauchsäule und Base, also der Stim, in der Bowl mit einem Kugelsystem gelagert wird, was ermöglicht, dass man das Ding 360 Grad drehen kann. Wenn man das Ding aber drehen kann, heißt das natürlich auch, dass da immer ein klein bisschen Spiel sein muss. Und da haben sich doch einige Leute nach dem Kauf gewundert, dass die Mini mal wackelt. Wenn du jetzt an die Rauchsäule packst und die mal ein bisschen bewegst, wirst du feststellen, die kannst du ein klein bisschen bewegen, weil da muss ja Spiel sein. Ja, aber, also. Du hast es gerade probiert und es ist halt wirklich nicht viel. Es ist ja, also. Alex muss es nochmal probieren. Ja, es ist wirklich nicht viel, aber einige Leute haben mir dann geschrieben, wackelt deine auch. Ja, ist ganz normal, dass die Mini mal Spiel hat für dieses 360-Grad-Steam-Klick-System. Problem. Ist aber bei jeder Simulation so. Und ich muss ganz klar sagen, bei den Simulations früher habe ich das auch noch bemängelt, weil das da deutlich mehr Spiel war. Aber die sind mittlerweile auf einem Herstellungsniveau, wo das meiner Meinung nach vollkommen egal ist. Also ich finde, das ist... Für das Feature finde ich das Spiel, was du bei der Pfeife hast... Absolut in Ordnung, oder? Ja, also kannst du überhaupt nicht mehr können. Ich habe jetzt gedacht, dass es jetzt hier, wenn eine Steckpfeife nicht richtig passt, dass es so wackelt, aber das ist ja... Ja, es ist weniger, definitiv. Abgesehen davon ist es eine kleine Einschlauchpfeife, die erstmal mit einem normalen Blow-Off von der Base nach oben kommt. Ja. Aber du kannst dann nicht nur die ganzen Blow-Off-Varianten von der Pro X2 benutzen, sondern dir auch noch das neue X-Blow-Off-System holen und dann hast du oben und unten einen Adapter, der jeweils vier Einstellungsmöglichkeiten hat. Du kannst von unten nach oben, also an jedem Adapter, das heißt, du hast oben einen und unten einen, aber an jedem kannst du von unten nach oben, von oben nach unten, zur Seite oder aus einstellen. Das heißt, wir hätten viermal vier Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit wäre aus und aus, also haben wir nicht 16 Möglichkeiten, sondern 15 Blow-Off-Möglichkeiten, die du da einstellen kannst. Und das Ganze auch ohne, dass du dann den Kompon runternehmen musst oder so, du kannst einfach beim Rauchen verstellen und schon hast du den nächsten Blow-Off. Und das ist schon wirklich Wahnsinn. Die Frage ist, braucht man 15 Blow-Offs? Wahrscheinlich nicht. Brauchen nicht. Ist es nice to have? Definitiv. Aber vor allem, das finde ich nämlich extrem geil bei der Steemo. Du musst halt für umbauende Blow-Offs, äh, du musst für ändernde Blow-Offs die Pfeife nicht umbauen. Und das finde ich halt einfach geil. Weil das ist so das Ding, wo ich meistens keine Lust drauf habe. Ich habe zum Beispiel die Priest 2, habe ich dann einen gewissen Blow-Off drauf und ich nehme die Pfeife dann und denke so, boah, ich jetzt noch um? Habe ich jetzt Bock, das Ding noch umzubauen? Dann denke ich mir so, viel zu oft eigentlich so, ne, ich brauche die einfach. Ja, dann bleiben wir einfach bei dem Blow-Off und gut ist. Und hier kannst du halt während des Rauchens einfach sagen, okay, ich verstelle die mal so, wie ich Bock habe. So, ey, das Ding ballert mir gerade voll ins Fernsehbild, dann stelle ich es auf nach unten um. Genau. Ja, und das geht halt super easy. Ja, preislich, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, wir liegen bei ungefähr 200 Euro ohne den X-Blow-Off und mit dem X-Blow-Off dann bei 250. Aber ich hätte auch irgendwas mit 200 Euro im Kopf, so so roundabout. Ja, ich bin mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Mit CodeSWG gibt es wieder Zubehör im Wert von 40 Euro dazu. Also falls du dich immer bei Steemo kauft, CodeSWG, kriegt man ein Mundstück, was nochmal 30 Euro kostet, ein Schlauch, was nochmal ein Zehnjahr kostet, ist vom Wert her der beste Gutscheincode, den wir haben. Ja, also den du hast. Ja, stimmt. Ja, du bist ja bei Steemo nicht mehr drin. Ja, da ist easy, da müsst ihr euch dann auch nicht absprechen. Aber ich muss sagen, ich rauche die jetzt zum ersten Mal. Ja. Designmäßig, erstmal live gesehen, finde ich top. Finde ich eine richtig schöne Pfeife, so dieses edles Steemo-Design in einer kleinen Pfeife. Dieses technische. Ja. Du guckst die an und du weißt, die ist technisch ausgereift. Und ich finde sie einfach wunderschön. Also das ist eigentlich auch so eine Pfeife, die kannst du dir jetzt kaufen, ins Regal stellen und sagen, okay, das ist jetzt mal eine Deko. Ja. Und Rauchverhalten auch top. Also ich kann da nichts bemängeln. Ich finde den Durchzug super. Ja. Das war ja was, was ich bei den großen Pro X Modellen oft bemängelt habe, dass der mir nicht gut genug ist. Kann man natürlich auch verstehen, da ist ja dann dieses Purge Pro System mit dem doppelten Rückschlagventil mit den Kugeln und sowas dazwischen. Da ist halt klar, dass da der Durchzug drunter leidet. Das hat man natürlich bei einer kleinen Einschlauchpfeife nicht. Und Alex, achte nochmal auf den Klang. Ja, finde ich top. Ey, für eine kleine Pfeife dieser Klang. Holy shit. Es ist die schönste kleine Pfeife vom Klang her. Also es ist so beeindruckend, wie wunderschön diese Pfeife blubbert und das, obwohl die so klein ist. Also die hält mit großen Russischen mit. Ist da eigentlich ein Diffusor dabei? Du kannst am Tauchrohr das verstellen und dann hast du den Diffusor integriert. Hast du alles, was du willst. Ja. Also es ist wirklich... Die kostet natürlich auch einiges für eine kleine Pfeife, aber du hast Made in Germany. Du hast super Feature. Du kannst sie krass customisen. Super Rohmaterialien. Ja. Ja, Verarbeitung und Qualität ist 1 plus mit Sternchen. Ja. Also. Und du hast das geile Rauchverhalten. Also wenn jemand sagt, ey, ich will einmal Geld ausgeben und ich will die beste oder eine der besten kleinen Pfeifen und die soll mir ewig halten, hol dir eine Stimo. Fertig. Ja. Ende. Dann ist es einfach vorbei. Dann brauchst du theoretisch nie wieder eine Pfeife, außer du willst mal wieder eine neue Pfeife. Was halt ab und zu vorkommen kann. Das Schlimme ist, ich finde die eigentlich so schön. Ich würde mir eigentlich auch einen zu Hause hinstellen. Das ist richtig schlimm. Ich nehme die mit, ja. Ne, fällt leider aus. Entschuldigung. Ich habe drüben noch drei stehen. Original verpackt. Die werden verlost. Vielleicht kannst du ja mitmachen. Ich weiß noch nicht genau, wann das Gewinnspiel kommt, aber es kommt definitiv noch eins. Ja. Du losst an mich aus. Nein. Geht nicht. Du kannst ja 10.000 Kommentare schreiben, dann hast du eine gute Chance. Ich probiere es. Okay. Was anderes Neues, was rausgekommen ist und auch sehr cool ist, es gibt neue Sachen von Case. Und zwar einmal neue Sleeve-Farben, die sehr, sehr cool sind. Die sind aber limitiert. Oh. Das war der Halloween-Shop, der ist limitiert, soweit ich weiß. Das Orangene, das Lilane und das Grüne. Ja. Slime. 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 Was war das andere? Pumpkin? Boah, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also die Original-Namen kriege ich auch nicht auf die Kette. Slime ist mir eingefallen, weil ich es witzig fand und so. Das war, das ich mir ausgesucht habe, aber von den anderen weiß ich es nicht. Die kamen raus, beziehungsweise kamen vielleicht und sind jetzt auch schon wieder Geschichte, weiß ich nicht. Es kam ein neues Mundstück, das Rough. Das Rough. Da ist dann statt einer konkaven Stelle im Mundstück, ist eben eine kleine Rendelung. Du hast nicht das Rough. Nee, ich habe das Normale von der Case, das hier und hier eine Rendelung, eine Raue. Ja, genau. Also bei dem nicht. Ja, nee, aber bei dem Rough, genau. Genau, da wo normal diese kleine konkave Stelle ist, da ist dann eben eine kleine Rendelung. Aber mein Highlight. Ja, definitiv. Die Stainless-Steel kamen nicht raus, das Upgrade-Kit und die Normale. Ich bin so happy. So geil. Also Upgrade-Kit beinhaltet natürlich den unteren Part der Rauchsäule, der vorher aus Pom war und die Base, die vorher ebenfalls aus Pom war. Und die Pfeife in Full Edelstahl ist ungefähr nochmal doppelt so geil. Safe. Also man wusste gar nicht, was man vermisst, aber wenn man sie jetzt in Full Edelstahl hat, boah, ist schon sehr, sehr geil. Die Jungs hatten ja die beiden Prototypen beim Blogger-Meet dabei. Ja. Und ich habe die gesehen, ich habe gedacht, ich habe den Jungs gesagt, ich brauche das. Ich brauche unbedingt dieses Upgrade-Kit. Wir haben alle gegeiert. Wir waren alle so, boah, ist das geil, wann kommt das endlich raus? Und ich war so happy, als die Nachricht kam, so Jungs, Upgrade-Kit ist ready. Ja. Ich habe die auch, es kam zu Hause an, direkt umgebaut, Case. Und seitdem rauche ich die Pfeife auch doppelt so oft. Ja. Weil das, sie sieht einfach wunderschön aus. Ja. Und Rauchverhalten ist ja eh top. Ja, Rauchverhalten war voll geil. Weil du halt auch, du hast eine Full Edelstahl-Pfeife mit diesem ganz kleinen Element beim Blow-Off, was halt richtig schön rausspringende Farben sind. Geil einfach. Ja. Ist super nice. Ja. Also da, Props an die Jungs. Da habt ihr die Pfeife mit einem kleinen Upgrade-Kit, mit einem kleinen Upgrade-Kit nochmal zu einem ganz neuen Ding gemacht. Ja. Und auch da bei Case kriegt ihr mit dem Code SWG. Ja. Oder Code Directly kriegt ihr einen Scraper ab. Ich glaube 180 Euro. Ich glaube nur bei einer Pfeife, oder? Nee, ich glaube das wurde nochmal geändert. Ja? Ich glaube schon. Dann weißt du mehr als ich. Ich meine schon. Okay. Probier es einfach aus. Schaden kann es nicht. Ja. Und wo wir es eben schon von limitierten Sachen hatten, die rausgekommen sind und sofort wieder weg waren. Der Hyphen kam wieder. Ja. Hyphen 4. Vor ein paar Tagen kam er raus. Gestern. Und war auch direkt wieder weg. Ja. Ja. Direkt. Kam mittags raus, war mittags ausverkauft. Hatten sogar noch Serverprobleme, weil so viele Leute drauf gewartet haben. Und ich hatte auch extrem viele Nachrichten so, hier, ich geier auf der Seite und er kommt nicht. Ja, das ist schon unglaublich belastend, ja. Ja, aber Hyphen ist halt auch einfach ein Kopf, ne? Ist ein hervorragender Kopf. Einer der besten Köpfe, die wir 2021 gesehen haben. Also momentan immer noch mein Lieblingskopf, muss ich sagen. Ja, bei mir, ich weiß nicht, so manchmal, du musst schon ihn super präzise bauen, dass er läuft. Ich finde bei den ersten Badges, ja. Also hast du schnell Durchzugsprobleme. Aber gerade so ab Badge 3 gar nicht mehr, finde ich. Also ich hatte ja auch, ich habe den Badge 4 maybe als erster geraucht, weil der Sargon hatte die ja mit in Dubai dabei. Und da habe ich direkt gesagt, ey, kann ich mal rauchen, kann ich mal probieren. Da habe ich tatsächlich den Badge 4 Kopf Nummer 1 geraucht in Dubai. Und Junge hatte ich Angst, dass der kaputt geht. Es war auch Sargons Baby, den hat er auch behütet wie seinen eigenen Augapfel. Ja, Badge 4 ist sehr, sehr cool geworden. Ist wieder ein bisschen niedriger, vom Depot her relativ ähnlich zum Dreier geblieben. Ich weiß halt nicht, ob das Depot täuscht, weil der ja vom Schaft her dünner geworden ist, weißt du? Ja. Weil davor waren die ja ein bisschen kompakter gebaut, also relativ dicker Schaft. Dann direkt das Depot. Jetzt ein bisschen dünner. Mir kam es so vor, als ob das Depot größer geworden ist, aber ich glaube, das ist einfach nur eine optische Täuschung gewesen. Also anscheinend ist das Depot relativ gleichbleibend. Ich hätte auch gesagt, relativ ähnlich, ja. Genau, Schaft ist ein bisschen kleiner vom Radius her geworden. Und der ganze Kopf ist nicht mehr so hoch wie beim Badge 3. Preis liegt trotzdem bei 40 Euro. Colorways sind eigentlich auch genau dieselben. Und immer noch dieselben. Ja, exakt dieselben. Nach wie vor ein geiler Kopf, aber das Einzige, was man beim Hyphen halt echt absolut verteufeln muss, ist die Verfügbarkeit. Das ist halt eine deutsche Manufaktur mit jedes Mal Anpassungen. Jedes Mal Anpassungen, alles handgemacht in einem Meisterbetrieb. Ist halt schwierig, ne? Aber, ja, ist halt schade. Ärgert halt viele Leute, ne? Aber trotzdem auf jeden Fall Glückwunsch an jeden, der gestern einen Bitch 4 ergattern konnte. Ja, true. Definitiv. Ich habe auch noch was Neues ergattert. Ja. Guck mal, ich habe heute wieder die Überleitung sowas von drinnen, ne? Ich merke es, ja. Alter, ich, geil, geil. Ich freue mich immer, wenn meine Überleitungen klappen. Genau, und zwar habe ich, jetzt habe ich meine eigene Überleitung damit kaputt gemacht, dass ich meine Überleitung gelobt habe, ne? Scheiße. Die Trashmate Atlas 137. Eine sehr, sehr, sehr besondere Pfeife. Ja, ich habe die Bilder gesehen, ich habe die Storys gesehen und ich finde die wirklich, ja, sehr unik. Ah, ich dachte, du sagst jetzt entweder geil oder scheiße. Na, nee, nee, nee. Wie, nee, nee, nee? Gefällst du die oder findest du sie hässlich? Also, um erstmal die Leute abzuholen. Die Trashmate Atlas 137 ist eine Pfeife, die eine Base im UFO-Design hat. Und allein deswegen kann ich mir halt super vorstellen, dass die krass polarisieren wird. Leute, die es witzig und geil finden und was mit dem Thema anfangen können oder da eine Begeisterung für haben. Raumfahrt, weiß ich nicht, vielleicht sogar Aliens oder so. Gibt bestimmt Leute, die das geil und witzig und cool finden. So ein Rick-and-Morty-Fans oder sowas. Ja, genau, genau. So, weiß ich nicht, ne? Wenn du gerade mal wieder alle Staffeln Rick-and-Morty binge-watchen willst und du willst dabei eine Pfeife rauchen, dann packst du die Atlas 137 aus. Das ist schon sehr, sehr witzig. Aber ich glaube, es gibt halt auch mindestens, aber wahrscheinlich sogar deutlich mehr Leute, die sich denken so, Digga, was ist das denn? Also, man muss auch dazu sagen, Plow-Off kommt bei der Base. Das ist halt wirklich wie ein UFO mit so zwei... Genau, es gibt zwei Antriebe. Genau, und da... So Triebwerke. Und da kommt der Plow-Off raus. Ist es schon eine coole Idee, ist cool gemacht. Würde ich sie mir zu Hause hinstellen? Ich weiß es nicht. Also, ist halt was Besonderes. Finde ich die so geil, die ich es mir kaufen würde. Ja. Man muss dazu sagen, 180 Euro, nur die Pfeife. Kein Zubehör, nur die Pfeife. Also Pfeife und Bowl. Aber nicht irgendwie noch Mundstück, Schlauch, Zange, Pipapo. Kopf und Aufsatz oder so. Das heißt, die ist preislich halt etwas über so einer The Hooker, wo halt einfach das komplette Zubehör und so dabei ist. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich denke aber, bei der Pfeife ist es in Anführungszeichen relativ egal, was die kostet. So lange ist es jetzt nicht. So lange ist es jetzt nicht. Genau. Eigentlich. Ja. Same wie bei Chicago. Die ist halt so unik, dass die Leute, die sich eine haben wollen, ob die jetzt 150, 180 oder 210 Euro kostet. Ich glaube, die Leute holen sich die trotzdem. Du findest die halt so nicht nochmal. Ja. Das ist halt das Ding. Genau. Wie fandest du so vom Rauchen her? Angenehm. Okay. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes. Rauchverhalten russisch? So semi-russisch. Also Durchzug könnte ein bisschen krasser sein für meinen Geschmack. Das heißt, normal russisch würde ich sagen. Ja. Passt. Passt. Ist okay vom Rauchverhalten her. Definitiv. Ja. Nächster Punkt. Ich habe noch was Neues bekommen. Und zwar den Alpha Hooker HMD. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Phoenix? War es Phoenix? Du hast keine Ahnung? Okay. Ich habe nur gesehen. Vielleicht schreibt es uns gleich noch jemand im Chat. Und dann wissen wir es wieder. Ich sage immer nur der Alpha Hooker HMD. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der Name war. Ich weiß es leider auch nicht. Wie der Name war. Ich fand den vom Design her sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Sah cool aus. Ja. Wir testen es glaube ich auch nicht. Ich schon. Und? Funktioniert. Also, ah ja okay, er heißt FNX. Also, FNX war halbwegs richtig. Er ist sehr ähnlich zum Nakrani, aber hat eine etwas dickere Bodenplatte. Also eher Richtung X-Hooker dann? Genau. Also, er ist irgendwie so dieses Zwischending. Er ist näher am Nakrani dran als der X-Hooker, aber hat auf jeden Fall X-Hooker-Einflüsse. Wie verhält sich das im Rauchverhalten? Das verhält sich so, dass das Anrauchen etwas länger dauert. Ja. Und er beim Kohlenachlegen nicht so empfindlich ist wie der Nakrani. Ich finde, durch die sehr dünne und sehr hitzeleitende Platte beim Nakrani muss man da aufpassen, mit dem Kohlenachlegen, ansonsten gibt man dem Kopf schnell einen Hitzeschock. Das ist beim Phoenix von Alpha ein bisschen besser. Im Grundlegenden würde ich sagen, sind die aber sehr ähnlich. Okay. Ja. Kostet halt aber auch mehr als der Nakrani. Ich glaube, der kostet sogar einen Fuffi. Und da muss ich halt sagen, wenn halt jetzt jemand unbedingt einen Alpha-Hmd für seine Alpha haben will und dann raucht er den Oblarko Alpha Edition, kann ich es verstehen. Ja. Ansonsten würde ich halt definitiv lieber zu den günstigeren Alternativen wie Nakrani oder sogar X-Hooker greifen. Ja. Okay. So ist das. Hast du den hier? Nee, der ist auch daheim. Habe ich mich nicht gesehen, so habe ich glaube ich getestet. Ja. Okay. Musst du dann machen, wenn du bei mir daheim den Alpha-Hmd testest. Ich wollte gerade sagen, rauche ich den Alpha-Hmd. Ja. So ist das. So. Bei uns beiden kam noch was Neues an. Zu unserem Adventskalender. Und zwar haben wir beide einen Adventskalender von Place bekommen. Für mich sehr überraschend. Also ich hatte ein Paket von Hokkaiden da gehabt und dachte so, okay, ich gucke mal rein. Ja. Ein schöner Kalender mit 24 Überraschungen aus dem Hause Place. Und was ist so dein erster Eindruck? Hast du schon eine Sorte getestet? Ich habe eine getestet, ja. Welche? Welche war bei dir drin? Ja. Ich muss gerade überlegen, mir fällt es gerade nicht ein. Ich weiß, dass ich gestern den Churro-Puff drin hatte. Ja. Da bin ich ultra gehypt drauf. Aber ich glaube, ich hype ihn zu sehr. Also wie schmeckt denn Churro? Weißt du, es ist ja nur ein frittierter Teig. Und der lebt ja eigentlich von dem Zucker-Zimt-Zeug, was du außen drauf packst. Kann natürlich sein, dass das auch einfach ein süßer, zimtiger, mit leichten Teignoten versehener Tabak ist. Aber ich glaube, einen Churro-Tabak zu perfektionieren ist sehr, 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 sehr schwierig. Ich muss sagen, ich hatte gestern ja auch den Churro-Key-Lime drin. Ja. Ich bin auch echt Hype drauf. Also auf den Churro. Ich habe ja auch den Churro-Puff schon in einer anderen Story gesehen. Ja. Ich habe da echt Bock drauf. Ich habe auch Bock. Ich überlege gerade, wie hieß denn die Sorte, die ich... Ah, ja, genau. Ich hatte Bestseller Tankstellen-Eis. A.K.A. Eiskaktus. Und der war okay. War okay? Also, da war ich nicht traurig drum, dass ich mir den Kopf davon gebaut habe. Würde ich das gerne als Blaze-Sorte kaufen können? Nicht unbedingt. Ja, so ging es mir auch gestern. Tutti Frutti. Ja. War so, konntest du rauchen. War jetzt nicht so schade drum, dass ich den nicht mehr habe. Ist halt, der Name ist Programm. Es ist halt einfach ein Fruit Punch. Alles rein... Aber alle Aromen einmal... Absolut undefinierbar. Ja. Einmal alle Aromen reingehauen und go for it. Ja. Aber ich finde das eine sehr geile Idee. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so an Sorten kommt. Also, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja, heute hatte ich ja den Energy Overload drin, ne? Ne. Wie hieß der? Koffein Overload. Und ich denke mal, das ist ein Energy-Tabak. Vielleicht auch Kaffeetabak? Ne. Da ist so eine Dose drauf. Ah, okay. Also, so eine Dose mit einem Blitz. Also, ich denke leider nicht, dass das ein Kaffeetabak wird. Kaffeetabak auf Dark Blend von Blaze würde ich auch sehr fühlen. Aber Energy ist halt so gar nicht mein Ding. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, den zu probieren. Aber du hast ja schon gesagt, du magst Energy. Dann kriegst du den einfach angedreht. Und ich gucke mal, was ich noch so drin habe. Beziehungsweise muss ich ja eh noch meinen Churro Puff von gestern rauchen. Ich habe heute noch gar nicht aufgemacht. Muss ich noch machen. Ja, bei mir war heute ja Energy. Ja. Dann musst du nochmal reingucken. Musst du nachher noch eine Story machen und dann können die Leute gucken. Genau. Richtig. Und richtig. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also jeden Tag einen anderen Flavor. Ja. Und weißt du, was ich sehr, sehr cool finde? Ich weiß, was du sehr, sehr cool findest. Ich habe die Neuigkeit gesehen und habe direkt an dich gedacht. Ha. Kurzes Storytime. Es war einmal ein Marv vor unserer Zeit, der in Russland einen Tabak probierte, der da hieß Black Current. Und Marv war verliebt. Und sterblich. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte? Nein. Die Geschichte ging eigentlich noch weiter und zwar ist der gute Marv dann wieder zurück nach Deutschland. Ich höre jetzt auf, in der dritten Person von mir zu reden, weil ansonsten glauben alle, ich bin verrückt. Bin dann wieder nach Deutschland gekommen. Ist auch ein bisschen. Und war dann auf jeden Fall totsterbenstraurig, dass ich diesen unglaublich geilen schwarze Johannisbeere-Tabak in Deutschland nicht mehr bekommen habe. Und wann immer ich die Chance hatte, was aus Russland zu haben, wann immer ich in eine Bar gegangen bin, die russische Sachen da hat, egal was, egal wo, meine erste Frage war immer, habt ihr Must-Have Black Current da? Dark Side. Entschuldigung. Der von Must-Have ist auch nicht übel, aber der von Dark Side hat mir sogar besser gefallen. Sam. Es ist für mich ein absolut grandioser Tabak. Es ist eigentlich gar nicht mal, dass der so besonders intensiv wäre wie andere. Ich weiß nicht, was es ist. Geschmack muss man manchmal nicht erklären können. Der Black Current für mich ein unglaublich geiler Dark Side. Und ich habe dem Alex von Dark Side schon so oft gesagt, bitte, bitte bring mir doch einfach, einfach für mich, bitte bring mir doch einfach den Black Current nach Deutschland. Meinte sie, ja, wir müssen halt gucken, was der Markt will und bla bla bla. Und anscheinend will der Markt es endlich, denn die neu angekündigte Sorte, beziehungsweise eine von drei, ist der Black Torrent, aka wie er normal in Russland heißt, der Black Current. Ja. Und da bin ich ultrahypt. Und die Sorten sind schon auf dem Weg und ich bin so gespannt, ob er so gut ist wie in Russland. Ja. Oh mein Gott. Wenn der jetzt enttäuscht, dann bin ich todsterbens traurig, was Dark Side angeht. Ja, aber es kommen auch noch zwei andere Sorten raus. Aber es kommen noch. Die jucken mich nicht. Ich will Black Torrent. Entschuldigung. Und zwar einmal, der auch sehr, wirklich eine Fanbase hier in Deutschland hat, der Berger Monster, B-Monster heißt er hier. Berger Motte, ich weiß nicht was. Ich glaube, da freuen sich sogar deutlich mehr Leute drauf als auf dem Black Current, aber mir ist das alles scheißegal. Ich will einfach nur endlich den Black Current haben. Das ist, glaube ich, auch der erste Kopf, den ich bauen werde, wenn er bei mir ankommt. Black Current? Ja, safe. Ich hundertprozentig. Wir hatten ja eine Tüte beim Blogger Meet dabei. Ja, also du hattest eine Tüte beim Blogger Meet dabei. Ab und zu habe ich euch genehmigt, auch mal ein kleines Köpfchen zu probieren. Ich habe davon nicht viel gesehen. Aber ein bisschen. Ich habe euch gesagt, ab und zu ein bisschen. Der war am zweiten Tag, war da noch ein Kopf drin. Potato, potato. Am zweiten Tag. Ja, was willst du mir jetzt sagen? Ich war zu langsam oder was? Du hast ihn weggesuchtet wie sonst irgendwas. Also es gab wirklich selten Köpfe, wo ich nicht irgendwas mit Black Current gemischt habe. Soll ich dir sagen, welche Köpfe das waren, die du gebaut bekommen hast? Aber da habe ich auch oft gesagt, bitte was mit Black Current. Ey, ich weiß halt nicht, was das mit mir und diesem Tabak ist, aber ich mag ihn halt einfach unglaublich gerne. Better Love Story than Twilight. Ja, safe, safe. Oh, schön. Ja, ich freue mich drauf. Ich wirklich, ich bete, 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 bete dafür, dass der genauso ist wie in Russland. Ich hoffe es. Und dritte Sorte, jetzt bevor wir wieder zu weit abschweifen. Ja, jetzt sprich das mal aus, Junge. Bavio? Bavio? Nee. Bavio. 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 Ja? Klar. Okay. Vielleicht. Kirsche? Kirsche. Cherry. Cherry. Ich kann es mittlerweile. Kirche. Kirsche. Ich bin schuld auf dich. Kannst du es? Kirsche. Kirsche. Das soll jetzt nicht sein. Kirche. 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 Und Kirsche. Kirsche. Ja, ich übel. Wir kriegen das noch hin. Bei Folge 100 machen wir das Special, wo wir beide nur Kirche, Kirsche, Kirche, Kirsche. Wo wir dann Cherry Skittles rauchen, ne? Ja. Da brauchen wir nur Cherry Skittles. Nee, da machen wir die Kirsche-Sonderfolge, wo wir einfach nur die ganzen Kirsche-Flavor durchtesten. Okay. Ja. So, weiß nicht. Fumari und dann den Hukain und dann den und den und den und den und den. Mhm. Machen wir, ne? Bei Folge 100. Erinnert uns bitte dran. In fünf Jahren. Ich glaube, bei Folge 100 haben wir Besseres zu tun. Ja. Glaubst du mir, wenn wir Folge 100 kriegen? Wenn wir so weitermachen, dann dauert das noch eine ganze Weile, ne? Nicht in fünf Jahren, Alex. Doch. Wir haben 20 Folgen. Ach, in zwei Jahren. Stimmt. In zwei Jahren. Das heißt, wir machen im Schnitt zehn Folgen. Das heißt, es wäre also jetzt in acht Jahren würde Folge 100 kommen. Oder wir reißen uns halt mal am Riemen und kriegen mal ein paar mehr Folgen als eine im Monat hin. Was ist realistischer? Dass wir in zehn Jahren noch hier sitzen. Ich glaube nämlich auch. Ja, ja. Und speaking of Zeitverlauf, es ist bald wieder Weihnachten und da hat sich der ein oder andere Tabakhersteller etwas Schönes einfallen lassen. Genau. Und zwar hatten wir das ja gerade schon von Place gehabt im Adventskalender. Hukain hat sich aber auch gedacht, wir bringen auch eine Weihnachtssorte auf den Markt. Als ob so zwei verschiedene Leute, wenn ja Place hat das gemacht. Aber Hukain, die haben... Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das mittlerweile klar ist. Ist es. Nicht? Nicht. Doch, ist es. Okay. Auf jeden Fall, Hukain hat auch noch eine Weihnachtssorte rausgebrochen. Das war ein X-Mix-Crape. X-Mix. X-Mix. Jetzt hör doch mal auf. Was denn? Ist das schlimm? Was denn? X-Mix. Sorry. Weißt du denn, was der Trau überhaupt ist? Also ich habe den gestern geraucht und es ist eine würzige, dunkle Trau, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr intensiv, weil ich habe davon nicht viel drin gehabt und der war gut da. Also mein Zimmer hat auch gut nach Weihnachten gerochen. So nach dem Motto. Also ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht geraucht, aber Anna war letztens da. Wir haben drüben ausgemistet, wir haben ordentlich aussortiert und abends haben wir noch bei uns daheim einen Kopf geraucht. Und ich habe ihn nicht probiert, aber ich kann nur sagen, das ganze Wohnzimmer hat so weihnachtlich gerochen wie noch nie zuvor. Also es ist wirklich krass. Aber weißt du, was drin ist? Ich glaube, es soll irgendwie so Richtung Glühweingewürze gehen, die aber halt mit der Traube kombiniert wurden. Okay. Ja. Gewürzige Traube. Ja, Weihnachtsgewürze meets Black Grape, würde ich sagen. Aber finde ich nicht schlecht. Also ich habe den ein bisschen gebraucht, bis ich so reingekommen bin, sage ich mal. Ist natürlich erstmal ein ungeruchter Geschmack gewesen, fand ich. Aber so als der Kopf dann lieb, fand ich ihn doch ganz lecker. Also ich glaube, den baue ich mir auch nochmal. Also ich muss ihn noch rauchen, aber vom Geruch finde ich ihn auch erstmal gut. Speaking of Traube. Speaking of dunkle Traube. Dunkle Traube, da kam noch was anderes. Und ich habe den nur gemischt getestet bis jetzt. Du hast ja sogar schon ein Video dazu rausgehauen. Ich habe sogar schon ein Video dazu rausgehauen, richtig. Das war der Dark Nana von Nameless. Der erste Dark Blend von Nameless selber. Da muss man eigentlich auch wieder eine Geschichte erzählen, ne? Der Black Nana. Als ich mir das erste Mal eine Dose geholt habe und die aufgemacht habe. Und erstmal geschockt war, warum der Scheiß nach Diesel riecht. Und den dann geraucht habe. Und das einfach die fucking geilste Tabaksorte war, die ich jemals geraucht habe. Mit so einer geisteskrank intensiven schwarzen Traube. Das war krass. Das war einfach krass. Und dann ging das eine Zeit lang gut. Und dann ging das leider eine ganze Zeit lang den Berg runter. Yes. Bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, ne, ist es nicht mehr. Ja, macht halt. Also es waren Produktionsschwankungen. Ohne Ende. Ja, TBD 2. Genau, TBD war der Todesstoß. Und dann war, genau. Dann war komplett vorbei. Leider hat sich Nameless halt dazu entschieden, das mit Cooling zu machen. Finde ich halt leider absolut unpassend. Ich finde, die Cooling-Lösung von Nameless ist eine der schlechtesten. Also die schmeckt mir einfach gar nicht. Hat meiner Meinung nach auch nichts mit Black Nana zu tun. Nee, also wenn du das jetzt jemandem hinstellst und eine von den ersten Produktionen Black Nana, das könnte nicht weiter aussehen. Also das sind zwei verschiedene Tabak-Sorten. Black Nana ist nicht mehr Black Nana. Ja. So. Klar, zum größten Teil halt leider, weil es gesetzmäßig einfach nicht mehr geht. Aber auch wenn du dir jetzt den Black Nana Shoot Me holst und da noch einen grünen Marokkaner-Shot dran machst, finde ich es trotzdem nicht mehr ansatzweise so, wie Black Nana früher war. Und aus dem Grund sind ja sehr, sehr viele Leute auch von Black Nana eben zu dem Holster Grape 2 mit Minz-Shot geswitcht, weil dann hast du halt wirklich wenigstens die richtige Minze. Aber, was Holster noch nicht hinbekommen hat, war den Grape 2 auf Dark Blend zu bringen. Und da war Nameless halt einfach schneller, muss man so sagen. Und da haben sie den Dark Nana rausgebracht. Den Black Nana in der neuen Variante, das heißt ohne Shot, aber mit dem Cooling-Zeug und das halt auf Dark Blend. Und das hat dann doch wieder mein Interesse geweckt, muss ich sagen, weil Traube rauche ich sehr, sehr gerne, aber ich habe halt oft das Problem, dass ich einfach Bock auf den Kopf Dark Blend habe. Ja. Und dann kann ich halt keinen Traube rauchen, weil so einen richtigen Traubeminze, wie man es halt von Virginia-Sorten kennt, gibt es nicht auf Dark Blend. Es gibt so manche so schwarze Traube-Süßigkeiten-Zeug. Wie zum Beispiel den Chupa Craper oder Crape Soda etc. Genau, all so Sachen sind zwar alle nicht in Deutschland erhältlich, aber könnte man irgendwie, wenn man mal in Russland ist, sich was mitbringen und so. Jedenfalls war ich deswegen sehr, sehr interessiert an dem Dark Nana, weil wenn es dann mal einen halbwegs vernünftigen Traubeminze geben würde, der auf Dark Blend ist, könnte das für mich persönlich super, super interessant sein. Ich frage mich ja wirklich, warum das noch kein Hersteller davor gemacht hat. Ja, ich weiß auch nicht, warum die so lange gebraucht haben. Also ich habe das ja auch schon Ewigkeiten gesagt, seitdem ich so ein bisschen mehr Dark Blend rauche, warum gibt es eigentlich keine gute Traubeminze auf Dark Blend Basis? Ja. Gute Frage. Ja. Ja. Antwort haben wir keine. Auf jeden Fall habe ich dann den Dark Nana probiert und es ist halt so wie der andere Black Nana. Das heißt, wenn das jetzt kein Dark Blend wäre, würde ich den wahrscheinlich gar nicht rauchen. Mhm. Aber dadurch, dass es halt ein somewhat Traubeminze ist auf Dark Blend, ist es halt schon wieder irgendwo ein klein bisschen interessant. Ja. Also für Leute, die kein, kein, na, nicht mal nur gefallen, für Leute, die nicht präferiert Dark Blend rauchen, wird der Tabak nicht sein. Okay. Für Leute, die halt sehr, sehr gerne Dark Blend rauchen und da halt noch eine Traubeminze vermissen, ist es erstmal die beste Option. Geschmack, also von Aromen her, wie der? Wie der normale Black Nana. Okay. Ja. Der neue. Ja. Ja. Ich habe mir ja gewünscht, dass, ich hätte die Hoffnung gehabt, dass es wirklich so das alte Aroma ist, was sie vielleicht doch ein bisschen umfunktioniert haben, dann auf Dark Blend Basis. Ich glaube, gehofft hat das irgendwo jeder. Ja. Funktioniert hat es leider nicht. Ja. Leider. Ja. So. Kurze, kurze Frage, du hast kein Amazon Affiliate Zeug, ne? Dann würde ich an der Stelle, bevor wir jetzt zu den Chatfragen kommen, also wenn ihr Fragen habt, liebe Live-Zuschauer, dann könnt ihr die jetzt gerne mal in den Chat packen. Eigentlich alles Mögliche, sowohl in Real Life als auch Shisha-Fragen, wenn ihr da was habt, haut die jetzt gerne mal in den Chat rein. Aber dann würde ich davor noch kurz einen Aufruf starten. Und zwar sind unter den Videos immer Links zu Amazon. Und bei vielen steht bestimmt der Einkauf von Weihnachtsgeschenken an, wie auch bei mir und wahrscheinlich auch bei dir. Und wenn ihr mir da einen sehr großen Gefallen mit sehr wenig Aufwand tun wollt, dann könntet ihr, bevor ihr auf Amazon die Geschenke kauft, einfach einmal auf irgendeinen random Amazon-Link in meiner Videobeschreibung klicken. Dann kommt ihr irgendwie, weiß ich nicht, auf den Kohleanzünder. Ist aber scheißegal. Dann sucht ihr, ihr wollt eurer Freundin ein neues Ritual-Set kaufen. So, dann klickt ihr auf den Link für den Kohleanzünder, kommt auf den Kohleanzünder, sucht dann einfach oben Ritual-Set, packt das in den Warenkorb und kauft das. Und dann bekomme ich tatsächlich ein kleines bisschen was von eurer Bestellung ab, ohne dass es für euch einen Cent mehr kostet. Also falls da jemand noch auf Weihnachtsgeschenke-Suche ist und mich da ein bisschen supporten will, das wäre ein sehr geiler Weg, wie ihr mir von Amazon ein bisschen Geld zukommen lassen könntet. Und vor allem ohne Mehraufwand. Du musst keinen Code angeben, einfach nur auf den Link klicken und fertig. Genau. Einmal auf so einen Link geklickt, dann läuft das. So, wo ist der Chat? Es sind gar keine Fragen da, sind alle schon eingeschlafen bei unseren angenehmen, zu lauschenden Stimmchen. Genau. Ja. Genau. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Was von Darkseid, der neue Flavor, wie heißt der mit Cherry? Ich glaube, wir haben zu viel Cherry gesagt. Nee, ist da einer mit Cherry? Ich muss ehrlich sein, ne? Ich habe Black Torrent gesehen und der Rest war mir einfach egal. Ich habe nicht mal nachgeguckt, ne? Nee. Nee, okay. Es gibt den Coach Cherry, den gibt es nur in Russland. Ja? Ja. Okay. Ich wüsste nicht, dass der jetzt auch in Deutschland ist. Ja. Okay, dann haben wir heute anscheinend echt keine Fragen. Chat ist eingeschlafen. Ja. Dann heute keine Fragerunde. Ähm, dann war es das an der Stelle für die Folge Nummer 22. Unsere Jubiläumsfolge. Zwei Jahre, nachdem wir angefangen haben, endet heute unsere Jubiläumsfolge. Dann euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder zu gucken. Geht ja jetzt beides. Ja. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Ja, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es. Ich würde sagen, wir geloben, dass wir es probieren. Genau. Ob wir es schaffen, ist dann halt wieder die andere Frage. Ne? Dann. Ja. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Sowohl Zuschauern als auch Zuhörern. Yes. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr das jetzt noch recht hört. Ansonsten noch einen schönen Tag. Ich wollte schon abends sagen. Der Alex druckst wieder rum. Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.